Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim inzwischen vierten Westworld-Cast. Ja, die Hälfte der aktuellen Staffel liegt schon hinter uns. Das ging sehr, sehr schnell. Ich bin jedenfalls wieder der Dom vor dem Mikrofon und bei mir sind natürlich wieder die beiden anderen Westworld-Experten des Tele-Stammtisches. Zum einen der Patrick. Fuck you, Bernard. Und der Christopher. Ich weiß, wer ich bin und das hier ist alles sehr wohl real. Ja, genau. Das war sehr überzeugend im Wolfgang Kondrus Gedächtnismodus, also dem deutschen Sprecher von Ed Harris. Man tut, was man kann. Aber da haben wir es schon. Ed is back, sozusagen, in dieser Folge. Und nicht nur Ed is back, es passiert eine ganze Menge in dieser Episode, die da heißt The Mother of Exiles, beziehungsweise Die Mutter der Exilanten. Ein Titel, den man sich durchaus erschließen kann, aber das Ganze hat auch wieder einen gewissen Bezug. Bezieht sich zum einen eben auf Dolores, ne, als Mutter der Hosts, die so gesehen Exilanten sind. Und zum anderen aber auch, soweit ich weiß, ist das in irgendeinem Gedicht The New Colossus, ist das irgendwie eine alternative Bezeichnung für die Freiheitsstatue. Ne, das so gesehen zeigt ja Dolores den Host eigentlich den Weg in die Freiheit und in die neue Welt, ne. Es bezieht sich auch zu einem gewissen Grad auf Maeve und eben auch auf William, der sich am Anfang der Folge ja auch im Exil befindet. Stimmt, ja. Ja, gut, das ist ja The Mother of Exiles. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir auch keine Zeit, weil es gibt wirklich wahnsinnig viel, wie da zu besprechen, oder? Absolut. Mehr denn je, würde ich sogar sagen. Ja, es ist schon eine sehr, also als überladen würde ich die Folge jetzt nicht bezeichnen, aber es passiert schon sehr, sehr viel in relativ wenig Zeit. Also das Ganze geht wieder eine Stunde. Die Folge heißt The Mother of Exiles. Das Drehbuch stammt von Lisa Joy und Jordan Goldberg. Jordan Goldberg hat auch schon zur ersten Staffel Drehbücher beigesteuert. Und er ist vor allem auch, also den Typen kennt man nicht so wirklich, aber der ist seit Jahren auch Co-Produzent bei allen möglichen Filmen von Christopher Nolan gewesen. Also schon seit Prestige zum Beispiel und hat unter anderem auch, da kann ich mich noch dran erinnern, auf der Inception Blu-ray war so ein Comic irgendwie, der so ein leichtes Prequel ist. Der Cobalt-Job. Genau, der Cobalt-Job, wo gezeigt wird, wie sie in Seto's Kopf reingekommen sind. Und den hat er auch geschrieben unter anderem. Also ist wirklich ein Weggefährte so gesehen auch. Und Regie hat ein anderer Weggefährte geführt, nämlich Paul Cameron. Das ist zum einen der Kameramann der jeweils ersten Folge der ersten und dritten Staffel. Also hat dann hier auch bei Pace Domine hat er auch die Kamera geführt und vor allem ist er auch generell ein renommierter Kameramann. Der hat nämlich, ja, schon einige Blockbuster in seiner Vita, unter anderem zuletzt der fünfte Fluch der Karibik. Und der hat auch mehrere Male oder zumindest zwei, drei Mal mit Michael Mann gearbeitet, unter anderem bei Collateral. Auch häufig mit Jerry Bruckheimer. Genau. Und ist durchaus ein renommierter Kameramann, der hier tatsächlich, ich hatte nochmal extra nachgesehen, der hat vorher irgendwie zwei, drei Werbespots produziert für Autofirmen. Aber das hier ist tatsächlich sein Regie-Debüt. Und das kann man schon mal sagen, das ist ziemlich gelungen in meinen Augen. Ja, als Kameramann weiß er, wie er alles zu positionieren hat. Genau. Er weiß, wie man eine Abfolge macht, die jeder versteht. Vielleicht hätte man, wenn man bedenkt, dass er nun mal Kameramann ist, hier und da noch ein bisschen mehr Schauwerte auffahren können. Aber dafür hat sich die Episode einfach nicht angeboten, weil diese Episode wohl eher eben einen enthüllenden und überleitenden Effekt hat, aber mit Schauwerten noch nicht ganz groß auftrumpfen wollte. Abgesehen von einer großen Sequenz, aber dazu später mehr. Ja, also Schauwerte hatte die schon, finde ich. Vor allem die Establishing Shots von Singapur. Das war schon eindrucksvoll. Aber ich würde sagen, wir springen jetzt rein in die Folge und wir fangen eigentlich relativ nüchtern an. Also zumindest von der Inszenierung her. Christopher, willst du es übernehmen? Ja, nach langer Abwesenheit treffen wir William endlich wieder. In einem Zimmer, das aussieht wie eben der Morgen nach einer großen Silvesterparty. Ja, oder nach ein paar Wochen Corona. William führt sich auch so auf, wie man sich dann nach vier Wochen in der Quarantäne aufführen würde. Er hat eine Waffe in der Hand und schießt auf einen Spiegel, ist komplett außer sich, spricht mit sich selbst. Und dann kommt sein Gewissen zutage, sein schlechtes Gewissen, in Form seiner Tochter, die plötzlich wieder vor ihm steht und mit ihm spricht. Und er kämpft in diesen Momenten ein wenig mit sich selbst. Ihm ist vollkommen klar, dass seine Tochter nicht gerade wirklich vor ihm steht. Und er wird mit dem konfrontiert, was er eben tat am Ende der zweiten Staffel. Nämlich unter falschen Einflüssen und durch Irrungen zu glauben, das wäre nicht seine Tochter gewesen, obwohl er tatsächlich seine echte Tochter erschossen hat. Genau, er hat sie für einen Host gehalten. Das sagt er ja auch noch mal immer und immer wieder. Und die quält ihn schon richtig übel. Und wir haben ein Anzeichen dafür, dass es ziemlich direkt nach der zweiten Staffel spielt. Er hat noch einen Fettband um die Hand. Richtig, genau. Das kann ich, ich schätze mal, das ist eine Woche später oder so. Höchstens, ja. Mehr kann das eigentlich nicht sein. Und da deutet sich dann an in dieser Staffel, dass wir eventuell, also die Staffel ist ja bislang relativ geradlinig für Westworld-Verhältnisse. Und dieses Cold Open, ja genau, ist ein Cold Open, wie könnte es anders sein bei dieser Staffel, macht uns klar, dass hier eventuell alles doch nicht ganz so einfach ist, aber vielleicht nicht ganz so überkompliziert wie in Staffel 2, sondern eher wie in Staffel 1, dass wir eventuell hier zwei Zeitebenen haben, die dann ineinander fließen könnten oder die inszenatorisch bislang auf jeden Fall ineinander fließen. Ich fand diese Sequenz überaus gelungen. Also Williams Paranoia, die kommt richtig gut rüber. Und vor allem das Sounddesign ist herausragend in dieser Szene. Weiß nicht, ob euch das so jetzt im Ohr geblieben ist? Doch. Ja, es war wieder eine Menge Wummern. Es war wieder eine Menge Wummern und ein paar disharmonische Klänge, die das Ganze sehr schön untermalt haben. Mir gefiel aber, dass William anfing, dagegen anzukämpfen und einfach nicht länger das Opfer seiner eigenen Taten sein zu wollen. Er fing an, das Ganze rational zu sehen und zu sagen, ja, das habe ich gemacht und es ist halt so gekommen und ich stehe jetzt dazu. Wahrscheinlich auch ein bisschen war das eben auch der Versuch, seine geistige Gesundheit zurückzuerlangen und wieder als zurechnungsfähig gelten zu können. Vor allem müssen wir ja noch sagen, das müssen wir, glaube ich, ein bisschen weiter ausführen, weil er wird ja, also nicht nur, dass er Halluzinationen von Grace hat, Emily, nicht Grace, sondern dass er auch, also da wird ja auch wieder auf den Tod seiner Frau angespielt mit diesem tropfenden Kronleuchter. Was da allerdings interessant ist, da tropft Blut drunter. Nicht Wasser, wie vorher auch. Und interessant ist auch, dass in einigen Sequenzen, also das ist so komisch, weil er wird dann so im Geiste wird er ja irgendwie in die Badewanne gespült, so gesehen, fällt dann da raus. Es ist natürlich alles auch ein bisschen surreal inszeniert, ne, aber es ist schon komisch, dass, dass er das ausgerechnet im Kopf hat und es gibt jetzt welche, die die Theorie haben, weil es ist komisch, das Wasser ist manchmal blutig, also rot und manchmal schäumt es einfach nur über. Und wenn man jetzt überlegt, seine Frau hat sich ja, also die hat sich zwar umgebracht, die Juliette, aber die hat Schlaftabletten genommen. Das heißt, das Wasser kann nicht blutig gewesen sein und manche haben jetzt die Theorie und das würde auch dazu passen, dass William schon lange kein Mensch mehr ist, dass er sich eigentlich umgebracht hat in der Badewanne. Und dass das sein Blut ist, also dass er eigentlich schon längst tot ist, genau wie James Delos, und dass er aber gar nicht weiß, dass er inzwischen ein Host ist. Ja, ich hab dazu auch eine andere Theorie dazu kommen. Ich denke, dass Blut steht für ihn symbolisch dafür, dass er denkt, er hat seine Frau auf dem Gewissen, also dass er sein Haupt mit Blut besudelt ist. Das glaub ich. Ja, Blut an den Händen hat, ne? Ja, ja, klar. Ja, dass er, ja, genau. Außerdem ist das an diesem Punkt etwas, was wirklich jeder erwartet. Du denkst, eine bestimmte Person ist noch ein Mensch und dann stellt sich heraus, sie ist ein Host in der Testphase oder ein Host, mit dem man gerade irgendwelche andere Dinge betreibt. Das halte ich mittlerweile für zu abgeschmackt. Wenn die das wirklich bringen würden, da würde jeder sagen, ja, das ist der vorhersehbarste Westworld-Twist, den es bisher gab. Und deswegen glaube ich nicht, dass die das machen werden. Ja, aber du musst natürlich bedenken, wir haben, also ich frag mich auch so langsam, ob wir diese ferne Zukunft aus der Post-Credit-Szene von Staffel 2, ob wir die überhaupt noch zu Gesicht bekommen. Ich glaub's nämlich nicht. Ob die uns total genutzt haben damit. Weil, äh, ich meine, also wir sind ja durchaus, letzte Woche hatten wir ja schon gesagt, dass wir erwarten, dass William anscheinend zweimal existieren könnte in dieser Staffel. Äh, aber ich hatte, ich muss auch sagen, als ich das hier in den Trailern gesehen habe, also es wurde ja da schon angedeutet mit dem Haus und so, oder dass er da irgendwie aus der Badewanne gespült wird, da dachte ich eigentlich erst, dass das vielleicht irgendwie alles so in seinem Kopf ist. Ne, oder, dass er da vielleicht irgendwie getestet wird in der Zukunft, indem die ihm irgendwie seine Vergangenheit wie einen Spiegel vorhalten. Aber das existiert ja alles wirklich. Ne, das sieht man ja allein schon an der verletzten Hand. Und das könnte noch echt spannend werden. Ich muss auch sagen, also ich fand die Sequenz auch schon ziemlich deprimierend. Also dieser Geist von Emily, in Anführungsstrichen Geist, der quält ihn ja schon wirklich und will ihn ja schon wirklich dazu verleiten, äh, sich die Pulsadern aufzuschlitzen. Die Anfangssequenz war im Prinzip Inception mit so einem leicht beklemmenderen Look und Albtraumfilter drüber. Ja, wenn Maul eigentlich einen noch stärkeren Einfluss auf Cops Psyche gehabt hätte, dann wäre das diese Sequenz, ja. Stimmt, dann hätte er das so ausgesehen. Ja, das stimmt. Er nimmt eine Glasscherbe und setzt sich hin und steht wirklich kurz davor, das zu vollziehen, was er davor hat. Und wird dann unterbrochen von, in großen Anführungszeichen, Charlotte Hale. Ja. Die in den Raum stürmt und mit ihm etwas sehr Wichtiges, Geschäftliches zu besprechen hat. Genau. Und da hat er aber irgendwie gar keinen Nerv zu irgendwie in der Szene, hast du auch den einen. Und das ist ja, also der ist ja, man kann es wirklich runterbrechen, der ist völlig fertig. Also der steht, der steht kurz vor einem absoluten Nervenzusammenbruch und einem völligen, ja weiß ich, das hat auch was von Burnout schon irgendwo. Also der ist ja, das wurde ja auch schon in Staffel 2 aufgebaut und ich habe mir schon gedacht, dass sie diese Schuldgefühle gegenüber seiner Tochter nochmal aufgreifen würden. Aber ich muss sagen, sie haben es auch inszenatorisch wirklich toll gemacht. Also Katja Herbers, dann auch nochmal das Sounddesign, wie die eben da, wie ihre Stimme irgendwie wieder halt, ne. Wo sie sagt, what are you gonna do, shoot me again, ne. Das ist schon, vor allem ist da sehr cool, dass sie da auch nochmal Dialogzeilen aus der letzten Szene mit ihr aufgreifen. Wo sie sagt von wegen, ja ich bin nicht hier oder Logan oder Großvater oder Mami, jeder der irgendeinen Scheiß um dich gegeben hat, ist tot, ne. So was ähnliches hat sie, glaube ich, im Park zu ihm gesagt. Das hat sie zu ihm am Lagerfeuer gesagt. Nur wir sehen hier nicht mehr den gebrochenen Black Man, also er hat keinen schwarzen Hut mehr auf, er ist generell so ein bisschen weiß gehalten. Wir sehen jetzt eher einen gealterten, gebrochenen William, der irgendwie schon fast komplett seinen Biss verloren hat und sich nur noch so ein bisschen mit halber Kraft wehren kann. Genau, ja. Was auch so seine gesamte Entwicklung über die zwei Staffeln bis jetzt hin sehr in einem anderen Licht erscheinen lässt, meiner Meinung nach. Weil, das wurde immer so dargestellt, William hat durch die Ereignisse im Park sich selbst gefunden. Er hielt sich selbst immer für einen braven, gutherzigen Menschen und hat doch gemerkt, dass er irgendwo der Wolf zum Schafpelz ist. Aber jetzt ist das auch weg, was er mal war. Und er steht da und er ist voller Reue und Trauer und Depressionen. Und da ist die Frage vielleicht, hm, ist William wirklich immer so gewesen oder hat er sich für jemanden gehalten, der er nicht ist? Oder wollte er einfach zeigen, dass er auch sehr viel aggressiver handeln kann und jemand ist, der das Kommando an sich reißt? Weil, wenn er wirklich diese Person wäre, die wir vorher immer so wahrgenommen haben, dann könnte er jetzt sehr viel besser mit dem leben, was er getan hat. Abgesehen natürlich vom Mord an der eigenen Tochter. Ja, der hat ihn schon, glaube ich, endgültig, also der hat ihm auf jeden Fall stark zugesetzt psychisch, das merkt man. Und das spielt Ed Harris auch wirklich großartig. Also, der ist wirklich ein Wrack in dieser Szene, ne? Bis dann Charlotte kommt, ne, hatten wir ja schon gesagt, beziehungsweise der Charlotte Host. Sollen wir sie Charloris nennen? Ne, an dem wir auch nicht. Ach, am Ende, ja. Genau, und sie will er dann auch erst erschießen. Und sie sagt dann aber, ja, sie erkennt den Unterschied oder sie weiß eben, wann eine Waffe auf sie gerichtet wird. Und will ihn dann eben, ja, wir können es ein bisschen abkürzen, sie will ihn bewegen, eben wieder ins Leben zurückzukehren. Weil Delos kurz davor steht, eben von Serac feindlich übernommen zu werden. Und, äh, ja, ihm interessiert das erst alles gar nicht mehr. Ich meine, die ganze Firma ist ja irgendwo auch sein Lebenswerk, ne? Hier fällt dann nochmal sehr deutlich, dass dieses, sie nennen es, glaube ich, Projekt 16, die ganze Schmiedenummer, also halt der riesige Datenspeicher, wo eben die Daten der Gäste gehortet sind, diese Serverfarm so gesehen, die scheint nicht in den Büchern vorzukommen. Und Charlotte ist auch wohl eine der wenigen Eingeweihten, die es da gibt. Und es wird aber auch erwähnt, dass Serac und William schon mal irgendwas miteinander zu tun haben. Da ist irgendwie von vor 20 Jahren die Rede oder so, ne? Und dass der dem eventuell da eine Kostprobe, äh, seiner Daten gegeben hat aus der Forge. Wäre natürlich interessant, was man damit macht, denn da könnte man eine Flashback-Szene einbauen, mit einem digital verjüngten, äh, Vincent Vincent Cassel. Aber auch dann könnte man für William tatsächlich ein drittes Mal wieder Jimmy Simpson zurückholen. Oh ja, bitte. Unbedingt. Jimmy Simpson ist super. Also es ist nicht so, dass ich ihn jetzt, dass er mir jetzt total fehlt in der Staffel, das ist falsch ausgedrückt, aber ich fände es halt cool, wenn er nochmal auftaucht als junger William. Also vor allem, weil er auch in der zweiten Staffel, ich weiß gar nicht, der hat ja gar nicht so eine Riesenrolle, aber der hat für die zweite Folge der zweiten Staffel hat der eine Emmy-Nominierung als bester Gastdarsteller bekommen. Wow. Das ist enorm. Ja, 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 weil da gibt's ja diese Szene, wo er dann da irgendwie Dolores aufweckt und dann sagt von wegen, ja, ich werd dich und deinesgleichen einfach eiskalt benutzen. Und dann gibt's ja auch noch die Szene, wo er da Delos unterbreitet, was sie wirklich mit dem Park anstellen können, ne? Meine Lieblingsszenen. Ja, die ist ... Die ist klasse. Ja, die war fantastisch geschrieben. Ja, und ansonsten, also man merkt, dass William ordentlich angepisst ist, auch von Charlotte, ne? Ja, und dass sie, äh, dass sie auch wohl ziemlich machtgeil war, also die erste, die, äh, echte Charlotte. Und dann schafft sie es aber irgendwie doch, ihn, äh, ja, mehr oder weniger zu überreden, weil sie sagt eben, ja, wenn sie jetzt zurückkommen und sich da hinsetzen, dann wird der Vorstand spuren, ne? Und es ist irgendwie auch die Rede davon, dass sie anscheinend das, das geistige Eigentum von Delos irgendwie auch davon schaffen möchten. Ja, sie möchten vor allen Dingen, äh, sie möchten vor allen Dingen die Börse verlassen und das Unternehmen wieder komplett privatisieren, damit eben so ein Aufkauf nicht so leicht möglich ist. Genau, richtig. Das war's. Ja, ja, genau. Im Prinzip hat er ja die Erfahrung. Also, er hat's ja fortverdrängt und jetzt passiert dasselbe mit ihm. Da hat er natürlich gar keinen Bock. Ja. Genau. Gut. Ja, ich glaub, zu William können wir ja später nochmal zurück. Da passiert ja noch einiges, ne? Ja, müssen wir. Ja, ist auf jeden Fall echt toll, Ed Harris wieder dabei zu haben. Auch wenn's jetzt erst auf der Hälfte der Staffel war. Äh, aber ich muss sagen, diese Eingangssequenz fand ich sehr, 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 sehr gelungen. Gut, dann haben wir die eigentliche Eröffnung und sehr charakteristisch wieder eben in diesem Haus von Arnold. Ja, mit diesen Kreuzsymbolen überall. Aber wirklich überall, wo ich mich frage, dieser Mann wurde bisher in keinster Weise irgendwie besonders religiös dargestellt. Auch nicht, als er um seinen Sohn trauerte. Was hat es damit auf sich? Ja, vielleicht ist es auch einfach. Also, ich hatte in einem YouTube-Video gehört, da wurde es eben als Zeichen für Wiedergeburt irgendwie auch. Ich meine, Arnold ist ja, also, Bernard ist ja eigentlich so gesehen eigentlich die Reinkarnation von Arnold, ne? Auf jeden Fall ist es ein Sprung in eine Zeit, also, es ist wohl eine Erinnerung von Dolores, aber es ist, glaube ich, diese Sequenz aus der zweiten Staffel oder um diese Zeit auf jeden Fall, wo er sie das erste Mal damit hingenommen hat. Und wo sie dann auch dieses Kleid anhat, ne, wie in dieser Sequenz eben und dann zu ihm sagt von wegen, ja, dein Haus ist ja jetzt fertig und von ihr aus kannst du zwischen den Welten wandeln sozusagen, ne? Da ist dann vielleicht auch so wieder so eine leichte Analogie eigentlich sogar zur griechischen Mythologie an der Stelle, weil da gibt's ja auch Wesen oder Halbgötter, die zwischen den Welten wandeln können, ne? Also, zwischen Unterwelt und der eigentlichen Erde oder dem Olymp. Und, äh, ja, dann wird, ich weiß, doch genau, da wird dann auf jeden Fall angedeutet, dass das dann, also, es gibt dann irgendwie einen Sprung, es ist, es könnte sowohl eine Erinnerung von Bernard sein als auch von Dolores und insofern würde das dann auch wieder darauf hindeuten, wieder darauf hindeuten, dass Bernard immer noch ein Hybridwesen ist, wenn er halt noch Erinnerungen von Arnold hat, ne? Die er eigentlich gar nicht haben dürfte. Passend dazu sehen wir auch wieder diese rote Hybridkugel. Genau, genau. Und er stellt sich dann ja auch die Frage, er läuft dann irgendwie in dem Haus rum und stellt sich dann die Frage, wen hast du denn noch mitgenommen, ne? Also, wieder in Bezug auf die, auf die Perlen, ne? Die dann da irgendwie auch wieder aufgereiht liegen. Und dann ist interessant, dass Dolores da auch einen Satz äußert, den eigentlich dieser Indianer-Häuptling in der zweiten Staffel geäußert hat. Er hat nämlich gesagt, von wegen, du lebst so lange, wie sich noch jemand an dich erinnert. Aha. Und sie sagt dann ja auch, das ist wohl auch irgendwie so der Knackpunkt an der Stelle, wo sie dann eben Bernard wieder zurückgeholt hat, ne? Von wegen, sie hat sich wieder an ihn erinnert und ihn wieder neu gerendert, ne? Also, da wird dann ja auch wieder die Maschine gezeigt. Ja, es ist wieder ein etwas kryptischer Einstieg, wobei ich hier, das muss ich wieder sagen, ich fand hier wieder das Sounddesign ziemlich grandios. Oder auf jeden Fall den Einsatz von Ramin Djawadi, weil wir hören hier nämlich dieses Lied, was in der ersten Staffel sehr häufig zu hören war, dieses Schlaflied, was der menschliche Arnold seinem Sohn Charlie eigentlich mal vorgespielt hat. Und das ist dann zwischendurch so verzerrt, ne? Das klang, das klang richtig interessant. Wie so eine verzerrte Erinnerung, die da in ihm noch schlummert. Ja, ja, oder wie so ein Sprung auf einer Schallplatte oder so, ne? Und es ist ja, es kommt ja auch von einer Schallplatte, das Lied in der ersten Staffel. Also fand ich... Ja, das trifft auch so auf seinen Geist zu, also sein Datenspeicher hat ja auch im Prinzip so einen Sprung in der Schüssel, so einen leichten. Ja, er ist nie ganz völlig im Hier und Jetzt, er ist nie ganz völlig im Moment. So, all die Sitzungen, die er mit Dolores hatte, die kommen ja immer wieder wieder, die flackern immer wieder kurz auf. Genau. Ja, ja, und dann sieht man ja auch, man sieht, man sieht wieder, wie schon in der zweiten Folge, sieht man wieder die Charlotte Dolores oder Char Loris, was auch immer, mit den Kugeln hantieren. Ne? Also da ist noch irgendwas. Da muss noch irgendwas sein. Und wir müssen uns erinnern, sie hat fünf Kugeln mitgenommen. Und in ihr steckt so gesehen die Sechste, ne? Und in ihr steckt ja etwas, was Serac haben will, aber da reden wir dann vielleicht gleich drüber. Ja, dann wechseln wir kurz zu Bernard, der jetzt von Rehoboam, wie wir das erkennen, mit dieser Grafik wird der lokalisiert. Ich glaub in... Wo war das? Irgendwo in Kalifornien, glaub ich, ne? Eventuell sogar irgendwo in Hollywood. Stubbs hat sogar so ein Hollywood-Tours-Shirt an, also das wird in Hollywood sein. Ja, das wär sehr cool. Hollywood-Aero-Tours oder so ähnlich. Und es wird auch, also er geht dann da irgendwie, glaub ich, mit einer Sporttasche oder was geht der da irgendwie, glaub ich, über so einen Bürgersteig. Und im Hintergrund, das war auch so ein bisschen random, ne? Im Hintergrund sah man Raketen. Hab ich auch notiert, ich hab noch nicht verstanden, was der Sinn dahinter war. Ich auch nicht. Oder soll das irgendwie... Ach, das war wahrscheinlich einfach wieder so ein Zukunfts-Random-Ding, um zu zeigen, sowas ist jetzt an der Tagesordnung da. Mhm. Es war auf jeden Fall... Ja, also es hatte jetzt gar nicht die großartige Bewandtnis. Wobei wir müssen beim Worldbuilding, müssen wir noch mal kurz auf was zurückkommen aus der dritten Folge. Das hatte Patrick auch sogar angeschnitten, klugerweise, äh, letztes Mal. Da waren wir dann gar nicht so drauf eingegangen. Nämlich die Frage, was es noch für Tiere gibt in dieser Welt. Oder in dieser Zukunft. Und da haben wir, glaub ich, so ein bisschen überhört, dass... Äh, da gab's ja diese Szene mit Charlotte und ihrem Sohn. Und der spielte da mit so einem Elefanten. Und sie sagte dann aber zu ihm, es gibt jetzt keine mehr, sie sind alle fort. Das heißt also, es scheint in dieser Welt keine Elefanten mehr zu geben. Und eventuell auch andere Tiere nicht mehr. Und, äh, ich muss sagen, das hat mich auch so ein bisschen, das hat mir auch so ein Stich versetzt im Nachhinein. Weil ich musste daran so denken, naja, zum einen in dem Park, in dem Hierarch, ne, in diesem Britisch-Indien-Park in der zweiten Staffel gab's ja Elefanten. Und es hieß ja auch, dass, äh, dass Emily, also die, die Tochter von William, dass die da immer sehr begeistert von war, schon als Kind. Und es liegt die Vermutung nahe, dass es wahrscheinlich zu der Zeit schon gar keine echten mehr gab. Von dem Tigermal ganz zu schweigen, den wir auch in diesem Raj-Park gesehen haben. Und der durch die Parks dann so ein bisschen gehetzt ist und da Jagd gemacht hat. Äh, ja. Ja gut, der hat sie ja eigentlich nur verfolgt, ne. Also, der ist ja, der ist eigentlich nur hinter ihr her so gesehen. Aber das fand ich dann schon sehr interessant, weil wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so an den technischen Fortschritt denkt, gerade von so... Also, ich hatte zum Beispiel gelesen, als hier letztes Jahr der Lion King rauskam, hatte ich gelesen, weil der wurde ja oft mit einer Tier-Doku verglichen. Und da hatte dann wirklich jemand gesagt, könnte das irgendwann die Zukunft von Tier-Dokus sein. Das heißt, Tiere, die irgendwann ausgestorben sind, werden dann aus dem Rechner künstlich rekonstruiert und dann so gefilmt, ne? Ähm, nee, bei dem Tier war dann auch tatsächlich, wir haben gesehen, dass er auf einmal so eine Grenze überschritten hat oder so, äh, wie heißt, Bewegungsmelder. Ja, und dann quasi Stilllager. Also, das waren alles schon elektronische Tiere. Ja, so könnte ich mir gut vorstellen, dass das mal aussehen wird. Du hast dann einen Park mit rekreierten, echten Tieren. Und sobald die Möglichkeit besteht, dass sie den Gästen was tun könnten, werden sie halt gestoppt. Das könnte eher noch passieren, bevor wir tatsächlich wirklich mal ein Westworld in der Realität haben. Also, man macht sowas zuerst mit Tieren, bevor man auf die Idee kommt, sowas mal tatsächlich mit Menschen zu machen. Ja, da ist dann der Sprung aber gar nicht mehr so weit vielleicht, ne? Nee, das ist Disney World in weitergesponnen und in ein bisschen komplexer. Ja, aber es gibt ja, ich meine, auf Disney Plus gibt's ja auch Disney Nature, ne? Von daher. Während er da durch diese Anlage marschiert hat, Bernard dann auch nochmal die Flashbacks von seinem Sohn. Also, er ist noch vorhanden, der gute alte Arnold in ihm. Stimmt, so ein bisschen, ne? Also, da ist auf jeden Fall noch so eine Ahnung. Dann sehen wir, dass Bernard und Stubbs anscheinend in einem Hotel abgestiegen sind und Stubbs ist irgendwie nicht sonderlich glücklich damit. Er kommentiert das dann irgendwie von wegen so, ja, danke, dass du mich in dieses Scheißloch gebracht hast. Und wenn ich dann überlege, dass meine Existenz vorher daraus bestand, in einem Killer-Freizeitpark aktiv zu sein, da kommt mir das dann fast wie ein Stück vom Himmel vor oder so ähnlich, ne? Ja, und er hat aber Stubbs daraufhin ein Six-Pack-Bier mitgebracht und das scheint ihn ein wenig zu beruhigen. Er ist ein Mann einfacher Freuden. Genau. Und ja, dieses Hollywood-Aero-Tours-Shirt, das möchte ich haben. Das war richtig cool. Aber wir sehen dann, was Bernard vorhat. Er hat nämlich diesen, ja, Klicker, kann man es, glaube ich, nennen. Kontrollchip oder diesen Kontrollschalter. Genau, womit er sich bisher immer abgefragt hat und mit dem er auch Stubbs anscheinend kontrollieren kann. Und wir sehen, das haben wir vielleicht in der letzten Review ein bisschen verpennt, beziehungsweise in der zweiten, sie sind auf der Spur von Liam Dempsey, ne? Und sie gehen dann aber davon aus, und das ist interessant, Bernard geht davon aus und stützt sich dabei auf ein Foto irgendwie, was eben bei dieser Gala gemacht wurde, bei der auch Dolores anwesend ist, also sie ist auch im Hintergrund zu sehen. Aber sie gehen davon aus, dass Liam Dempsey mittlerweile ein Host ist, also dass sie ihn ersetzt hat. Und sie planen jetzt, beziehungsweise Bernard plant, mit seinem Klicker oder was auch immer das ist, mit diesem Device möchte er Liam übernehmen. Also er möchte halt die Kontrolle und sie wollen ihn entführen, kurz gesagt. Und damit das möglich ist, versuchen sie sich dann irgendwie einzuschleichen. Ich glaube eben wie sie, sie geben irgendwie vor, von einem Escort-Service oder sowas zu sein, ne? Ja, ja. Ja, man sieht erstmal nur, dass sie die Kleidung dafür auspacken. Genau. Das wird später erst aufgelöst. Genau, das wird später aufgelöst. Dann haben wir einen Szenenwechsel und auch, wir sehen Dolores und Caleb, die sich vorbereiten auf den großen Abend in einer wieder mal an sich völlig unwichtigen Beschreibung der Zukunft, wenn es darum geht, shoppen zu gehen. Es ist wieder mal nur so ein winzig kleines Detail, das nicht weiter wichtig ist, aber ich finde es trotzdem mal wieder ein cleverer Einfall der Macher. Du siehst Caleb, wie er da steht und diverse Anzüge in einem Laden, in einer Boutique anprobieren soll. Und der Anzug wird, bevor du ihn überhaupt anziehen kannst, auf deinen Körper projiziert. Ja, ja. Um sich schon mal ein genaues Bild davon machen zu können. Schon wieder ein astreines, cooles, kleines Gimmick. Ja, das ist vor allem die, die, ja halt diese Auswahl, die er da hatte auf dem Touchpad, das sah halt aus wie in einem Videospiel oder so, ne? Wo du halt irgendwie in einem RPG oder so, wo du irgendwie deinen Charakter modellierst. Das fand ich wieder eine sehr coole Videospiel-Analogie an der Stelle. Ja, es ist vor allen Dingen visuell mal wieder eine weitere Metapher für die Entmenschlichung, die hier stattfindet. Dass eigentlich man sich fragen sollte, wo genau kann man hier noch die Trennlinie ziehen zwischen Menschen und Hosts? Wenn Menschen, die hier eigentlich sich Kleidung besorgen wollen, wenn das da schon so aussieht, wie eben ein künstlicher Charakter, der sich upgradet. Genau. Ja, es ist eine kleine, aber feine Szene gewesen. Ja. Und viele haben da ja irgendwie noch einen, weil der Laden hieß, irgendwie Fristen oder was. Das ist irgendwie ein Verweis gewesen auf irgendeinen Architekten oder so, glaube ich. Ich meine, ich hätte ich rausgehört in einem YouTube-Video. Wir müssen dazu sagen, und das kann ich wirklich nur empfehlen, sich nach jeder Folge so Breakdown-Videos auf YouTube anzusehen. Also jetzt nicht so penetrante Explained-Videos, aber eben so Breakdown, um sich so einen Überblick zu verschaffen, was jetzt so in der Folge passiert ist. Weil sonst kann es echt schwierig werden. Also das muss jetzt nicht jeder machen, aber für uns ist das, glaube ich, eine ganz gute Stütze, oder? Ich schaue da auch gerne noch die Videos zu den Easter Eggs. Ja. Da wird das ja dann auch nochmal besser erklärt und da hast du es dann ein bisschen kompakter präsentiert. Bei Westworld versumpft das manchmal so ein bisschen in bedeutungsschwangeren Dialogen. Da hast du es dann wirklich kurz und knapp und kannst es nochmal besser zuordnen. Ja. Ja, es ist, also es ist jetzt keine unwichtige Sequenz. Wobei, Christopher, ich glaube, du hast da was durcheinander geschmissen. Das ging ja dann auch nicht um die Gala, auf die sie da später gehen oder diese Veranstaltung, sondern eher um die Bank. Na? Natürlich, natürlich. Es ging auch darum, dass wir Caleb dann auch einen Anzug verpassen, damit er nicht mehr so als der Unterschichtler zu erkennen ist bei Dolores, damit sie da weniger auffällt. Ja, ja, er kommentiert das ja irgendwie auch mit, von wegen, das ist nicht mein Stil und in so einer Gesellschaft gastiere ich normalerweise gar nicht. Also, weder mein Stil noch meine Preisklasse. Genau, genau. Das ist ja, Aaron Paul spielt das einfach so. Man muss sagen, er spielt den schon recht ähnlich wie Pinkman und sie haben ihm die Rolle auch auf den Leib geschrieben. Ich finde ihn trotzdem super. Auch wenn er in der Folge so ein bisschen so eine Schachfigur ist, ne, eigentlich. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Er ist eine ziemliche Schachfigur. Irgendwann wird er noch an den Punkt kommen, wo er sie eine Bitch nennt, wenn er ihren Charakter bemerkt. Den Moment werde ich feiern. Ja, ich glaube nicht, dass die das bringen werden, weil die Anspielung wäre zu überdeutlich. Ja, wer weiß. Ich sage folgendes. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Wenn, nehmen wir mal an, Breaking Bad wäre eine HBO-Serie gewesen. Hätte sein können. Dann würde er definitiv im Laufe dieser Staffel irgendwann mal Bitch sagen, weil man dann ja gleichzeitig Verweise machen kann und eben somit auch Werbung machen kann für ein anderes HBO-Produkt. Weil es das nun mal nicht ist, wird diese Anspielung auch nicht kommen. Ja, bis vor zwei Folgen haben wir aber auch noch nicht damit gerechnet, dass ein Game of Thrones-Drache und D.B. Wise und David Benioff bei... Ja, aber das ist ja ein HBO-Produkt. Man kann immer so eine Anspielung bringen, wenn sowas vom gleichen Studio produziert wird und man weiß, dann richtet sich die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf ein anderes Produkt vom gleichen Studio, vom gleichen Sender. So macht man eine Anspielung. Ich denke schon, das hat immer was damit zu tun. Und wenn man solche Anspielungen auf was anderes macht, dann bringt man ja den Zuschauer dazu, sich Produkte von der Konkurrenz anzusehen. Ich denke, dieser Gedanke ist da immer präsent. Ja, sie haben natürlich... Ich denke aber nicht, dass AMC ein Patent auf Bitch hat. Nee, sie haben ja auch, das muss man, sie haben ja auch schon auf Jurassic Park angespielt, ne? Genau. Und da wurde denen ja auch... Das ist Universal. Genau, da wurde es ja auch so. Und ganz ehrlich, selbst wenn er Bitch sagt, also da ist ja... Das verbindet man nicht. Also er müsste auch wenn dann Yo Bitch sagen, aber es ist jetzt auch... Müssen wir uns jetzt nicht so mit aufhalten. Es gibt dann einen Szenenwechsel, weil die Szene ist echt wichtig. Wir sehen nämlich den Connals-Host. Ja. Martin. Genau, Martin Connals. Gespielt wieder von diesem Tommy Flanagan, den ich echt cool finde bisher in der Serie. Der ist klasse, ja, Chance of Anarchy, wenn du ihn magst. Okay. Genau, und der spricht mit Liam Dempsey und jetzt muss ich euch echt mal fragen, also ich verstehe zwar diese Szene, aber sie reden da ganz schön viel und ich hab jetzt, also da stößt mein Englisch dann auch so ein bisschen an die Grenzen, wenn Connals ihn halt irgendwie überredet oder was, ne? Weil es geht nämlich darum, dass Liam seinen Hashkey rausrücken soll, mit dem man Zugriff hat auf sein komplettes Vermögen und der geht aber nur per Daumenabdruck, also halt Daumenscan, genau, also biometrischer Scan und sowas haben wir ja auch schon mal gesehen in der Serie, beziehungsweise in der Staffel, nämlich bei Thomas Kretschmann am Anfang. Der hat ja auch Dolores per Daumenabdruck, Identifikation sein gesamtes Vermögen und die Daten von Inside, die er da noch irgendwie gehortet hatte, hat er Dolores überschrieben, ne? Und so ähnlich funktioniert das hier auch. Ich denke auch, dass Dolores ihn damit schon ausgeraubt hat, mit dieser Identifikation. Damit noch nicht, sie mussten ja noch zur Bank. Na, sie brauchten ja diesen Hashkey, von dem ja die Rede ist, aber den bekommen sie dann auch, also auch wenn sich Liam erst so ein bisschen, man merkt so langsam ist ihm Connals auch nicht mehr so ganz geheuer an einer Stelle, ne? Weil er packt ihn wirklich ganz schön rüde am Arm, wirklich schon eher wie so ein Security Guy und nicht jetzt irgendwie wie ein Vertrauter oder so, ne? Ja, dann machen wir wieder einen Sprung zu Dolores und Caleb, die auf der Straße rumlaufen und Dolores versucht anscheinend jemanden zu identifizieren, der, ja, so ein, wie nennt man das, so ein Shareholder ist oder auf jeden Fall irgendwie einen, auf jeden Fall jemand, der für Liam arbeitet, beziehungsweise für eine Firma, die Liams Vermögen verwaltet. Ja, und das ist wundervoll, weil zuerst versucht es Dolores halt auf die charmante Art und Weise, als sie diesen Mann dann auf der Straße treffen, so vielleicht erst ein bisschen mit den weiblichen Reizen spielen, mit den Augenklimpern, dass dieser Mann zu verstehen gibt, nein, ich bin in Eile und mir fällt auch nicht ein, wer du jetzt bist, lass mich in Ruhe, dann wird sie ein bisschen rüde und knockt ihn einfach aus. Dieser Übergang hat mir gut gefallen. Ja, das ist halt wieder typisch Dolores, ne, so diese zwei Gesichter, die sie ständig zeigt und Evan Rachel Wood kann diesen Switch einfach so großartig spielen. Ich weiß, das haben wir schon tausendfach gesagt, aber es ist einfach so. Und ja, unter dem Gesichtspunkt ihrer Stimmungsschwankung, sag ich jetzt einfach mal, ist dann auch noch mal, man hätte es ja in der dritten Folge schon drauf kommen können, theoretisch, also in dieser Hundeszene mit Charlotte, was jetzt hier genau Sache ist. Aber da kommen wir später zu. Ja, dann knocken sie diesen Kerl aus. Und ich muss sagen, da war ich echt so überlegen, warum macht Caleb das jetzt so mit? Weil wir haben ja gehört, dass er ein Problem damit hat. Also no personals heißt es ja bei ihm immer, ne? Keine Personen werden geschädigt, er entführt, geschweige denn getötet. Und dass er da jetzt einfach so mitmacht? Ja, ich glaube, er hatte diese Regel in erster Linie für Frauen und Kinder. Also was das Attackieren von Männern betrifft, ist er da vielleicht ein bisschen neutraler. Er will halt nicht, dass Familien zu schade kommen. Ja, man muss ja auch sagen, ist er sich überhaupt so im Klaren, was Dolores vorhat? Also ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge, da weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Sie sagt ja zu ihm, sie will jetzt eine Revolution starten. Und sie will ja auch, also deshalb machen sie ja diesen Coup mit dem Geld. Es geht ja darum, denjenigen zu schaden oder eben das zu zerstören, was diesen Algorithmus hervorgebracht hat, unter dem Rehoboam arbeitet, ne? Also diese Inside-KI. Und damit gewinnt sie ihn ja. Und sie sagt dann ja, am Ende der dritten Folge sagt er zu ihm, ja, ich will eine Revolution starten. Und er denkt natürlich, dass es nur darum geht, aber naja, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Und ich habe nicht den Eindruck, dass er bisher so ahnt, dass sie die ganze Spezies Mensch auslöschen will letzten Endes, ne? Ich denke, er ist noch ein bisschen überwältigt und überfordert mit der ganzen Situation, weiß noch nicht, wie er das Ganze zuordnen kann. Ich denke, dieser Callback, wo er Dolores anfängt zu hinterfragen, der wird noch kommen. Aber jetzt gerade ist er bei ihr auf der Seite, weil sie sein einziger Punkt ist, an den er noch festhalten kann. Genau. Ja, ja, die ist noch so sein. Es heißt ja auch, die ist das Realste, was ihm in den letzten Jahren begegnet ist, ne? Oder seit sehr, sehr langer Zeit. Wir haben ja noch zu bedenken, dass er auch mit dieser App noch gejagt wird. Ja, ja, genau. Also, welche Alternative hat er gerade? Ja, ja, eben. Er hat ja dann wahrscheinlich jetzt irgendwie auch einen anderen Namen angenommen. Und das passt vielleicht auch, weil das ist schon irgendwie so ein Kernelement der ganzen Folge, dass jemand eine Fassade nach außen trägt, die er halt gar nicht ist, ne? Und insofern trifft das jetzt hier auf Caleb zu, dass sie also die schleifen diesen Angestellten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, Michael Litter oder so ähnlich, egal. Den schleifen sie irgendwie in eine Ecke und dann zapft Dolores dem Blut ab und will das Caleb injizieren. Aber ich muss sagen, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden, auch wenn ich es interessant fand. Oder wie habt ihr die Szene verstanden? Vermutlich durch, also in dieser Zukunft läuft ja sehr vieles über Hautscans ab, DNA-Scans und so weiter. Vermutlich, wenn er ein wenig von seinem Blut injiziert hat, dass er dadurch bestimmte Scanner täuschen kann. Ich habe es auch nicht begriffen. Ja, aber wie kann er dadurch einen Daumenabdruck-Scanner täuschen? Das zum Beispiel nicht, ja. Diesen Daumenabdruck, den hat sie doch auf ihrem Tuch, dass sie ihn dann nochmal in die Hand gibt, womit er sich dann nochmal drüber wischt. Nee, das ... Also, das wird ihr können. Nee, aber du ... Aber danach ging es komischerweise. Ja, natürlich, aber das hat ja dann mit spitzigen Händen ja zu tun. Dass das nicht so ... Der war ja sehr nervös in der Bank-Szene. Aber da kommen wir gleich erst so, das nehmen wir schon vorweg hier. Was an der Szene sehr interessant ist, das fiel mir nämlich auch nochmal ein, das hatten wir auch nicht so ganz mitgekriegt bei der dritten Folge. Diese Sanitäter in dem Krankenwagen, die hatten sich darüber gewundert, warum Dolores keiner Blutgruppe angehört. Und, äh, dass sie jetzt hier Caleb menschliches Blut injizieren kann, deutet eigentlich darauf hin, dass er tatsächlich Mensch sein muss. Ne? Ja, das wird mich auch wirklich wundern. Also, das wär ... Das wär für mich ein völlig unnützer Twist. Ich denk, von Anfang an hab ich gedacht, dass Caleb ein Mensch ist. Und da hab ich auch keine Sekunde dran gezweifelt. Ja, es gibt ja immer wieder ... Also, Aaron Paul hat ja irgendwie in einem Interview jetzt kürzlich irgendwas angedeutet, dass da auf jeden Fall noch mehr mit ihm ist. Und er hat es weder verneint noch irgendwie ... Ja, gut, sie müssen sich ja so verhalten, ne? Die dürfen aber wahrscheinlich nicht wirklich darüber reden. Richtig. Ja, das kann man alles unter Promotion-Blabla verbuchen, halt so. Ja, ja. Vage Antworten, um Spekulationen anzuheizen. Genau. Beim letzten Promotion-Blabla hatten wir ja auch einen Rückbezug von Caleb gesehen, der in dieser Folge dann gar nicht zu tragen kam. Ähm ... Also, so eine rückblendete ... Was meinst du? Wir haben eine Vorschau gesehen am Ende der letzten Folge, wo wir dann auch gemerkt haben, dass Terrence zurückkommt. Und da wurde nochmal dieser Flashback von ihm angedeutet. Der kam jetzt in dieser Folge aber gar nicht zu tragen. Okay, was meinst du? In welchem Flashback meinst du? Mit seinem Kameraden? Mit seinem ... Ja, ja, der wurde im letzten nochmal angedeutet, aber da kam nix. Ich denke, dass diese Folge in die nächste übergeht und dass man da nochmal so einen Flashback haben wird, der ihn charakterlich so ein bisschen festigen oder näher definieren wird. Ja, das kann schon sein, dass die ineinander übergehen, die Folgen, weil das Ende ist ja relativ offen, na, hier zum Schluss. Aber unter dem Gesichtspunkt ist es eben dann auch interessant und auch im Hinblick auf das Ende der Folge, dass Host-Blut anscheinend nicht wie menschliches Blut ist, ne? Das ... Also, es sieht zwar so aus, aber es ist nicht dasselbe. So, und dann machen wir jetzt einen Sprung völlig woanders hin. Ins wunderschöne, arschcoole, stylische Singapur. Genau. Genau. Und das ist diesmal dann wirklich Singapur und nicht einfach nur als Kulisse für Neo Los Angeles, sondern es ist auch in der Handlung das echte Singapur. Also, und wen haben wir hier sitzen? Natürlich Serac und Maeve, die in einem, ja, wirklich schon Edelladen sitzen, würde ich sagen, ne? Wir müssen dazu auch betonen, dass Serac erst mal auf sein Knöpfchen drückt und Maeve erst mal reaktiviert. Wir wissen nicht, ob er sie umgezogen hat oder sonst was oder ob er sie da irgendwie abgestellt hat. Auf jeden Fall fängt es dann erst wieder an zu funktionieren, nachdem er sein Knöpfchen drückt. Ja. Ich glaube, er sagt aber einfach, bring dich wieder online, oder? Ja. Ich meine schon. Er droht ihr dann höchstens später mit dem Kulisse. Aber das ist, das, da müssen wir dann auch nochmal sagen, das haben wir dann in der zweiten Folge dann vielleicht auch ein bisschen überbewertet, weil wir waren ja so völlig baff, warum er sie einfrieren konnte. Aber wir müssen bedenken, den Körper, den Maeve jetzt hat, den hat er wahrscheinlich hergestellt. Und sie ist in der realen Welt jetzt. Genau, genau. Und er hat sich so gesehen eine Hintertür in diesem Körper offengelassen und kann sie damit jetzt kontrollieren. Auch wenn ihr Core-Code und ihre Admin-Rechte immer noch vorhanden sind, weil die eben Teil ihrer, ja, Pearl sind. Ja, Maeve wacht dann wieder auf und denkt, er ist in einer weiteren Simulation, ne? Von wegen, mein Gott, jetzt habt ihr euch aber ordentlich Mühe gegeben, ne? Und dann meint Serac, ja, diesmal ist es wirklich keine Simulation, wir sind in der realen Welt, beziehungsweise in Singapur. Und dann meint sie so, ja, also wenn mich das beeindrucken solle, hättest du mich aber schon nach Paris bringen lassen können, ne? Dann kommt hier etwas zu tragen, was schon im Teaser zu dieser Folge angedeutet wurde. Und auch schon im Teaser für die gesamte Staffel. Weil wenn wir uns erinnern, es gab einen Teaser, wo auch diese Rehoboam-Grafik gezeigt wurde. Wo sogar aktuelle Ereignisse, also wirklich aus unserer Realität auftauchten. Unter anderem das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, da wurde drauf angespielt. Und seine Erschießung in Rio de Janeiro für 2024 vorhergesagt. Aber, ja gut, ist er noch ein bisschen. Und Corona wird nicht erwähnt. Feiglinge. Was? Feiglinge, aber gut. Ja. Zu nah am Hier und Jetzt wahrscheinlich. Genau, zu nah am Hier und Jetzt. Zu erwähnen ist noch, dass, bevor Maeve sich überhaupt auf diese ganzen Spirenzchen einlässt, sagt sie zum Barmann, ich hätte gerne einen Cherry in dem größten Glas, das sie haben. Ja, 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 fand ich auch sehr super. Auch ein Host braucht ein bisschen Alk, um mit der Realität besser klarzukommen. Sehr nett. Ja, das ist ja auch ein Bezug so gesehen wie da auf ihre alte Tätigkeit eigentlich, ne? Wo sie auch immer an der Bar stand und sich irgendwelche Drinks hat eingegessen lassen. Oder irgendwelchen Gästen, die sie dann bezirzt hat, ne? Da hat mich das auch so ein bisschen dran erinnert. Ja, beziehungsweise, da könntest du jetzt halt sagen, sie kommt mit sowas klar. Das ist jetzt für sie nicht total fremd, obwohl sie jetzt eigentlich in einer fremden Welt ist, ne? Das war noch was Vertrautes irgendwo. Ja, Serac bezieht sich dann, ja, also sie reden ja über Paris. Und in diesem ersten Teaser war zu sehen, dass es im Jahr 2025, also gar nicht mehr so fern von uns, dass es da zu einem atomaren beziehungsweise nuklearen Zwischenfall gekommen sein muss. Und den scheint Serac als Kind miterlebt zu haben. Also hier manifestiert sich dann endgültig, er ist Franzose. Und ja, er redet dann davon, dass er Maeve Paris schrecklich gerne zeigen würde. Aber dass da halt nix mehr ist. Und dahingehend kann er sich dann auch, das sagt er zumindest, er kann sich dann damit identifizieren, ja, wie es ist eben in einem Augenblick alles zu verlieren, ne? Und dieses Ereignis hat ihn dann wohl auch wirklich sehr geprägt. Das Interessante ist, wir sehen in dieser Szene, sehen wir irgendwie eine Kuh da liegen oder sowas. Oder auf jeden Fall irgendein Tier aus der Landwirtschaft. Und das erinnerte ein bisschen an die allererste Folge, ne? Wo Bernard da auf der Farm war. Also vielleicht könnte das sogar noch Bedeutung haben dahingehend. Keine Ahnung, weil es wirkte echt so ein bisschen random einfach mit der Farm. Und in der Serie ist fast nichts ohne Intention. Ja, und das hat Serac wohl wirklich geprägt, dieses Ereignis. Sah ziemlich toll schon aus. Also auch wenn man es nur kurz gesehen hat, also toll in Anführungsstrichen jetzt. Vor allem ist diese Entwicklung sehr interessant von einem kleinen Jungen, der durch eine große Katastrophe alles verloren hat, zum reichsten Mann der Welt. Da kann man eins und eins zusammenzählen und sich denken, die Katastrophe hat in ihm den Biss, den Kampfgeist und wohl auch ein bisschen den Geschäftssinn geweckt. Genau. Ja, und es wird ja dann auch, das muss ich sagen, das hat mir dann auch so ein bisschen so einen kleinen Schauer über den Rücken getrieben, wo halt dann diese Dings da irgendwie stehen in Schutzanzügen. Also das sind im Moment nicht so fremde Bilder, sag ich mal. Leider nicht. Ja, aber man versteht schon irgendwie, warum ihn das sehr geprägt hat. Und das scheint auch eben sein Antrieb gewesen zu sein, ja, alles Mögliche vorherzusagen oder alles zu wissen, alles zu katalogisieren und zu erfassen. Weil er sagt nämlich, und das ist der springende Punkt, er sagt, der schlimmste Feind der Menschheit war schon immer die Menschheit selbst. Also versucht er alles vorherzusagen und zu kontrollieren für die gesamte Menschheit. Ja, und das zeigt, dass er eigentlich durchaus einen eigentlich nachvollziehbaren und eigentlich auch ehrenwerten Antrieb hat. Na, das muss man ja sagen, wie er den dann durchsetzt, das steht auf dem anderen Blatt. Und das sehen wir dann ja auch im weiteren Verlauf. Aber mich hat das dann auch wieder sehr an die Hauptfigur, beziehungsweise eine der treibenden Figuren aus Person of Interest erinnert, der ja auch ... Harold Finch. Genau, Harold Finch, der auch den 11. September so als patriotischen Anstoß sah, eben diese Maschine zu bauen in Person of Interest, die dazu fähig ist, Terroranschläge vorherzusagen. Was ich nur ein bisschen komisch finde, das kann man nicht direkt als Plothole bezeichnen, aber das ist schon ein bisschen seltsam. Dieser Mann muss ja eigentlich schon über eine gewisse Prominenz verfügen als der reichste Mann der Welt, obwohl er jetzt vielleicht nicht so ständig in den Medien ist. Und dann sitzt er mit Maeve einfach so in dieser edlen Bar, verlässt mit ihr einfach so diese Bar und geht dann mit ihr eben in Bernards altes Haus. Und ich sehe keine Security-Leute, ich sehe keine Leute, die ihn bedrängen. Er wirkt da wie ein ganz gewöhnlicher Bürger. Und das finde ich anhand seines Status schon ein bisschen seltsam. Obwohl Security hast du gesehen in dem Laden. In dem Laden, aber er ging ohne Security mit Maeve davon weg und ging dann zu Bernards altem Haus und ich dachte, seltsam. Ja gut, da waren ja wiederum seine Leute in dem Haus dann. Arnolds altem Haus, müssen wir dazu sagen, bevor das jetzt zu verwirrend ist. Bei seinem technischen Equipment braucht man nicht denken, dass er da jemals irgendwie unbeaufsichtigt ist, muss man dazu auch sagen. Gut, das stimmt. Vielleicht wird das ja auch mal in kommenden Folgen thematisiert und jemand versucht ihn anzugreifen und wird dann auf der Stelle von einer Drohne ausgeschaltet. Da kann man sich denken, dass es da genügend Vorkehrungen gibt, die man gar nicht sieht. Man muss bedenken, dieser Mann weiß alles, so gesehen. Das demonstriert er dann ja auch an einer Stelle. Was noch interessant ist, dass er Maeve, also er hat ja ihr dieses Angebot unterbreitet und das verstärkt er jetzt hier noch mal oder unterstreicht er noch mal. Er will eben den Datenschlüssel aus Dolores' Kopf haben. Weil der springende Punkt für ihn ist nämlich, er hat Rehoboam gebaut, um die menschliche Natur komplett zu erfassen beziehungsweise eben, dass die Menschheit sich nicht noch mal irgendwie selber vernichten kann durch so eine atomare Katastrophe beispielsweise. Und er ist aber in der Hinsicht, ähnelt er sehr Robert Ford, weil er wirklich davon besessen ist, jeden Aspekt der menschlichen Psyche und Natur zu erfassen. Und das ist ihm mit Rehoboam nicht gelungen. Stattdessen ist das aber William eben mit seinem kleinen Experiment im Park gelungen. Er nennt es ja sogar eine Karte des menschlichen Geistes. Und genau da will er dran. Er will, und da musste ich so ein bisschen dran denken, dass Dr. Ford ja mal sagte an einer Stelle in der ersten Staffel, ja, als wir anfingen, waren die Emotionen der Hosts noch ganz rudimentär. Aber ich wollte weiter. Ich wollte auch die Zwischenstufen der Emotionen. Und so gesehen wirst du Ruck jetzt eigentlich was Ähnliches. Er will so gesehen eigentlich seine Karte, die er durch Rehoboam hat, will er eigentlich vervollständigen mit den Daten aus der Schmiede. Und dazu braucht er eben diesen Datenschlüssel, den Dolores angeblich in ihrem Kopf hat, was so ein bisschen seltsam ist, ehrlich gesagt. Ja, das macht Sinn, weil Rehoboam bietet dir ja praktisch nur sofort das Endergebnis ohne den Weg dorthin. Das heißt, du hast zwar die Information, aber es fehlen bestimmte Feinheiten, um tatsächlich Dinge vorhersagen zu können. Eben exakte Ergebnisse und ein hundertprozentiges Verständnis des menschlichen Geistes. Genau. Ja, und vor allem muss man auch bedenken, dass das ja in dem Park, und das fand ich auch nochmal interessant im Hinblick auf Überwachung, dass Menschen verhalten sich einfach anders, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden. Und das ist ja der springende Punkt beim Park gewesen. Die haben sich da eben so verhalten, wie wenn sie nicht beobachtet würden. Und man muss natürlich bedenken, dass im Park, das waren ja auch, also angenommen, man sieht den Park jetzt als gigantisches Experiment, was es ja letzten Endes war, eine gigantische Versuchskammer, dann sind das eben andere Bedingungen, die im Park herrschen. Also auch so, weiß ich nicht, unter Stress und Extremsituationen, wie sich da Menschen verhalten. Und das hat Serac nicht in dem Maße oder in dem Ausmaß einfach erhalten können durch Rehoboam. Und das hofft er jetzt dadurch zu kriegen. Und er bietet Maeve im Austausch einen Platz in der neuen Welt an. Zwar nicht in seiner, weil er sieht keine Möglichkeit für eine Koexistenz von Hosts und Menschen. Das macht er irgendwie schon sehr kurz, aber bündig klar. Aber er will dann eben, ja, Maeve in das Host-Paradies schicken zu ihrer Tochter. Damit will er sie ködern. Was er ihr unterbreitet, während sie ja in Arnolds altes Haus gehen. Genau, da auch noch mal, ja. Und dann ja da auf einen Informanten, also jemand, den sie gefangen genommen haben und der wohl einiges mitgemacht hat. Er sitzt da auf einem Stuhl, hat schon viel Blut verloren, ist stark geschwächt. Und Serac will dann die letzte Information aus ihm rauskriegen. Und er wendet keine weitere Gewalt an. Er setzt ihm einfach diese Brille auf, die ihm halt zeigt, was Furchbares passieren wird, kann mit seiner Familie. Mhm. Und dann spuckt er es aus. Es ist eine dreizackige Brille. Also ich hab darauf geachtet. Und wir haben das in einer der ersten beiden Staffeln erfahren. Da sagt Dolores irgendwie sowas, dass an einer bestimmten Stelle am Kopf, da ist dieses beeinflussbare Nervenzentrum. Darüber wird quasi die Brille auch gelegt. Und an diesem Nervenzentrum haben sie auch oft die Hosts repariert und quasi das Gehirn noch mal versiegelt. Also das ist keine fremde Stelle, über die diese Brille gelegt hat. Und da wird wie auch bei Thomas Kretschmann auch wieder diese Brille draufgelegt, die ihn diese Simulation durchleben lässt. Ja, die hatte ja auch Charlotte in der dritten Folge. Wobei ich das immer noch so ein bisschen ... Diese Brillen, die sehen jetzt eigentlich gar nicht mal so wahnsinnig abgespaced aus. Nein, überhaupt nicht. Das wirkt fast ... Ich muss sagen, es wirkt fast ein bisschen hölzern an der Stelle mit diesen Brillen irgendwie, aber gut. Es wirkt wie so eine billigere VR-Brille. Genau, er ... Ja, gut, vielleicht soll das auch seriöser aussehen. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall quält er ihn dann eben mit einer Vision, wie wahrscheinlich seine Familie, die da geschlachtet wird. Und dann spuckt er aus, dass Dolores eben ... Also wie war das? Er hat, glaube ich, die Kenntnis, dass Dolores insgesamt fünf Identitäten erschaffen hat oder fünf Identitäten wollte. Es wird gesagt, er ist ein Identitätsmakler, Identity-Broker, wird gesagt. Und erst ist der nicht so hilfsbereit und dann später doch. Und vor der Szene wird auch die Rendermaschine gezeigt in dem Haus von Arnold, wo dann eben auch zu sehen ist, dass Dolores ... Also da ist dann wirklich zu sehen, dass sie fünf Hosts gerendert hat. Und es sind drei weibliche und zwei männliche. Ne? Oder nee, Quatsch, drei männliche und zwei weibliche, Entschuldigung. Das konnte man noch sehen. Ich fand's nur interessant, dass sobald Serac die Information bekommt, erschießt er den Mann einfach. Ja, eiskalt. Und hat das was damit zu tun, dass er generell ein skrupelloser Mensch ist oder einfach mit dem Status, den er besitzt, als der wohlhabendste Mensch der Welt? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Jeff Bezos auch einfach so jemanden erschießen würde, weil man ihn da nicht weiter belangen kann. Nee, er sagt es aber sogar, warum er den erschießt. Ja, er hat schon seinen letzten Arbeitgeber verraten. Irgendwann wird das auch mit ihm passieren. Also direkt mal die Zeugen beseitigt. Nee, das hatte nichts mit dem Arbeitgeber zu tun, sondern mit ... Er sagte, dass dieser Mann ein Verräter seiner Spezies war. Sicher. Weil er Dolores geholfen hat. Und deshalb musste er sterben. Also das heißt, Serac hat ein sehr klares Freund-Feind-Schema. Und ich muss auch sagen, ich fand das schon ganz schön grausam, was er mit dem getan hat. Wir haben ja nicht gesehen, was er ihm angetan hat. Aber grad da ist es dann ... Es reichte. Schon allein, was sich in seinem Gesicht abgespielt hat, hat's schon krasses Diss-Kopf-Kino abspielen lassen. Ja, der war auch wirklich dann genauso wie Thomas Kretschmann. So absolut am Winsel. Make it stop, make it stop. Das war schon sehr auffällig. Ja, und dann sagt Serac zu Maeve ... Wie sagt der das noch mal von wegen? Man hat irgendwie den Menschen eingetrichtert, dass es Himmel und Hölle gibt, glaub ich, ne? Ja, er sagt, man hat den Menschen eingetrichtert, dass es Himmel und Hölle gibt, damit sie sich eben normgerecht verhalten. Ja, wieder diese Aussage. Aber die Wahrheit ist, den guten Mann hier gibt es ganz einfach nicht mehr. Für dich aber, Maeve, kann Himmel oder Hölle sehr real werden. Je nachdem, wie du dich verhalten wirst. Und dann winkt er wieder mit seinen Knöpfchen. Genau, und dann sagt er vor allem, dass ... Also, Maeve hat jetzt die Wahl, entweder sie beschafft Serac den Datenschlüssel und kann damit sozusagen in den Himmel zu ihrer Tochter. Oder aber sie kommt zurück in ihren digitalen Käfig, der ja, na ja, wahrscheinlich Warworld ist. Oh ja. Denk ich mal. Die werden nicht umsonst Sektor daran getan haben. Genau, man muss sagen, er ist schon echt bedrohlich in dieser Szene. Und er will eben ... Also, er hat jetzt auf jeden Fall herausgefunden, dass Dolores mindestens fünf Hosts gerendert hat, weil sie eben Verbündete gesucht hat. Und ja, Maeve bleibt dann eigentlich gar nichts mehr anderes übrig, als diese Wahl anzunehmen. Weil sie sagt ja dann noch mal von wegen, ja, warum soll ich mich einen Scheiß dafür interessieren oder so von wegen? Oder warum soll ich zu dir zurückkommen mit dem Datenschlüssel, nachdem ich Dolores gefunden habe und ihr den abgenommen habe? Und dann, ja, winkt er mit seinem Joystick oder was auch immer das ist. Ich nenn's einfach Controller, das passt am besten. Genau, genau. Und dann spurt sie. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich hatte jetzt irgendwie gelesen, dass manche nicht ganz verstehen können, warum sie da spurt. Äh, ich schon. Ja. Weil er hat sie wirklich ... Er hat sie buchstäblich in der Hand mit dem Ding. Ne? Ich hab's. Genau. Ja, dann machen wir einen Switch zu William. Ist eigentlich noch eine relativ kurze Szene. Er rasiert sich. Also, er versucht sich jetzt wieder irgendwie halbwegs ... Anzupassen. Ja. Auf jeden Fall wieder ansehnlich hinzukriegen. Gesellschaftstauglich. Nachdem er halt wirklich total verlottert aussieht. Und Charloris, wir nennen sie jetzt wirklich einfach Charloris, ist bei ihm. Und die Szene war schon wirklich ein Wink. Mhm. Weil sie diskutieren ja irgendwie darüber. Also, weiß ich nicht. William meint ja zu ihr von wegen, ja, als erstes, wenn wir da jetzt irgendwie aufschlagen bei Delos, dann suchen wir uns jetzt erst mal diesen verdammten Maulwurf und kümmern uns um ihn. Es geht dann auch wieder darum, dass eben das kleine Projekt aus den Büchern raus ist. Ne? Also, die Schmiede. William verdächtigt dann doch relativ schnell Charloris. Und das Interessante ist aber, dass sie dann in der Szene ihn rasiert mit dem Rasiermesser. Genau. Und wenn man das sieht, Paul Cameron hat's halt auch wirklich so inszeniert, dass man merkt, dass das eindeutig irgendwie ein Bezug ist, wenn man sich jetzt an das Ende der ersten Staffel erinnert. Ne? Also, ich nehm's jetzt noch nicht so vorweg. Aber da wird William ja auch rasiert. Ne? Und es ist wirklich sehr ähnlich an der Stelle. Ich will ungern dieses berühmte George Lucas Zitat bringen, aber hier passt es leider gut mit, it's like poetry, it rhymes. Genau. Aber nach dem Wissen, dass es Charloris ist, ergibt auch die letzte Aussage von Serac am Ende der dritten Folge deinen Sinn. Vielleicht weiß er auch schon tatsächlich, dass Dolores ein Körper von Charlet ist und deswegen sagt er, deine Zeit läuft ab. Vielleicht bedrängt er sie schon damit und sagt, ja, bald wirst du gefasst. Ich glaub aber nicht, dass er weiß, dass die in ihr steckt, weil sonst hätte er die doch gefangen genommen, um an Dolores heranzukommen. Das, ich glaube nicht. Also, er redet auch mit ihr wirklich und es ist ja offensichtlich geworden in der letzten Folge, dass Charlotte der Maulwurf ist bei Delos. Dass die Geheimnisse an Inside oder versprochen hat, die dreckigsten Geheimnisse auszupacken, sprich die ganzen Gästedaten, an denen ja Serac, wie wir gesagt haben, sehr interessiert ist. Ja, und dann sehen wir einen kleinen Bankkuh. Also, sie gehen in eine Bank, also Caleb und Dolores gehen in diese Bank und diese Bank ist sehr interessant. Ich glaub, dass die auch irgendwo in Singapur ist, aber bei der ist sehr interessant von der Architektur her. Die ist wirklich eine Kreuzung aus Alt und Neu, ne? Ähnlich wie dieses Haus von Serac in der zweiten Folge. Wo der irgendwie in einer alten Backsteinfabrik oder so sich eingerichtet hatte. Das war ja, also das ist ein real existierendes Haus tatsächlich von irgendeinem Architekten in Spanien, der sich irgendwie in einer alten Backsteinfabrik niedergelassen hat. Fand ich hier auch auf jeden Fall sehr schön. Und ja, hier ist dann auch eine geile Catphrase von Dolores. Sie sagt dann irgendwie, glaub ich, falls was schiefgehen sollte, lösen es wir eben auf die altmodische Art. Ich töte einfach alle. Ist ja für sie ein probates Mittel geworden, ja. Du siehst sie auch, während der Scan erstmal die ersten Male nicht funktioniert, dass sie dann immer wieder ihre Pistole umklammert und bereit ist, sofort das Massaker zu eröffnen. Aber zum Glück funktioniert es ja und wir sehen hier auch diese Security mit diesen kantigen Maschinengewehren. Genau, das ist wieder gute Continuity, was so die Waffentechnik angeht in dieser Zukunft. Ich war allerdings auch am überlegen, ich weiß nicht, habt ihr so ein bisschen mal auf diese Dame da geachtet von der Bank? Das könnte eine Schweizerin gewesen sein, ne? Wäre das nicht arg klischeehaft? Ja, es wäre arg klischeehaft. Sah auch nicht danach aus. Also die sprach auf jeden Fall, ja, aber man muss bedenken, in der ersten Folge haben wir ja auch schon Schweizer gehört, ne? Ja, ja. Aber müssen Schweizer wirklich überall auf der Welt in jedem Finanzinstitut mitwirken? Das wäre schon ein bisschen komisch. Naja, aber es ist ja wirklich althergebracht, sage ich mal. Ich meine, es hat ja Gründe, warum die Schweiz nie wirklich angegriffen wurde. Also in allen möglichen Weltkriegen oder internationalen Konflikten. Ja, sie versuchen dann eben, ja, kürzen wir es ab, sie versuchen Liam, sein Geld abzuluchsen über diesen Scan eben, ja, jetzt ist da halt die Frage. Caleb hat ja das Blut von dem Typ injiziert bekommen, aber wie kann dann der Daumenabdruck ziehen? Das könnte noch erläutert werden. Vor allen Dingen, es klappt ja beim ersten Mal nicht ganz. Oder überhaupt nicht. Und dann muss er es ja nochmal machen. Ja, weil er auch nervös ist. Weil er irgendwie spitzige Finger hat. Das ist, äh, da funktioniert es dann. Das ist ja so ein biometrischer Scan, ist das ja. Aber wobei, es war auch irgendwie vorher, warum, warum haben sie das dann überhaupt mit dem Blut gemacht? Haben sie da vielleicht versucht, schon irgendwelche anderen Tracker von vornherein schon auszuschalten? Die da irgendwie in der Bank waren? Kann ja auch sein. Ja, was das betrifft, müssen wir warten. Weil sowohl was das Blut betrifft, als auch was die Szene der Bank angeht, bin ich da völlig auf dem Holzweg. Ich wüsste nicht, wie das eine mit dem anderen funktioniert und ihnen dann eben auch den Zugriff auf das Geld ermöglicht. Ja, also machen wir es kurz. Sie haben jetzt auf jeden Fall Liam sämtliche Konten leergeräumt. Und ja, es wird noch nicht lange dauern, bis er das rausfindet, sagen wir es mal so. Aber bevor wir dazu kommen, machen wir noch einen Schwenker zu... Maeve. Maeve. Wir sind wieder in Singapur jedenfalls mit Maeve. Und ja, Maeve ist erstmals in der echten Welt, ne? Man merkt auch wirklich, wie das so wirklich auf die einströmt. Und da ist die Kamera auch richtig toll, ne? Die so um sie herumkreist. Diese Reizüberflutung, die sie hat, so richtig anfängt. Genau. Ja. Und ich muss dann die ganze Sequenz dann spätestens, wenn sie da irgendwie in so ein asiatisches Viertel geht... Oder nee, es ist ja in Asien, stimmt scheiße. Ja, das ist das allererste Mal, dass hier Singapur so aussieht, wie man sich als Nichtkenner das vorstellt. Genau. Sie geht über einen Markt, da wird gekocht, da hängen rote Lampen, so ein typisches Straßentreiben in Singapur. Und sie hat auch, das wird angedeutet, diese ganzen Werbetafeln und so hinter ihr, die glitschen richtig, wenn sie durchgeht, ne? Also das hängt wahrscheinlich immer noch mit ihrer Kontrolle über gewisse elektromagnetische Impulse wahrscheinlich zusammen, denke ich mal. Schon wieder diese Neo-Allegorie, also sie ist Neo in der Welt. So ein bisschen. Ihre Fähigkeiten gehen über diese Welt hinaus. Ja, und das so generell, dieses Asia-Setting, es hat ja auch wieder so ein Blade Runner-Vibe einfach, ne? Klar, da kommt man nicht dran vorbei. Die Anspielungen werden wir in jeder Folge irgendwo haben, die sind ja auch bewusst. Wir werden mindestens eine Blade Runner-Folge pro Folge haben, äh, Blade Runner-Anspielung pro Folge haben. Ja, also je nachdem, welche Folge jetzt, also in der zweiten, da war ja nix zum Beispiel in der realen Welt direkt, ne? Wobei das auch in Singapur war mit Serac. Ja, sie ist dann auf der Spur, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das hat nämlich dieser, dieser Identitätsbroker hat das gesagt, sie soll jemanden suchen, der sich Mortischen nennt, glaube ich, ne? Ja. Und geht dann, verfolgt dessen Spur bis in einen Club. Und ja, die Typen wollen sie dann erst nicht reinlassen. Sagen von wegen, verpiss dich, Lady, ne? Sonst müssen wir, äh, andere Seiten aufziehen. Und, äh, sie, naja, verschafft sich dann so gesehen Gehör, indem sie einem Typen auf Deutsch gesagt die Eier wegballert, ne? Ja, weißt du, in einer anderen Serie oder in einem anderen Film wäre dann an der Stelle immer Schluss gewesen. Einfach nur die Waffe in die Hose halten wäre genug, um die Information zu kriegen. Genau. Aber dass in der Szene ein draufgesetzt wird, ist sehr schön bezeichnend für die Show und auch für Maeve an sich. Das ist so klassisch Maeve. Ja. Und dann auch diese, wo sie dann da eben hingeht zu dem Mortischen, zu diesem Labor, das hat mich, vielleicht will man es auch so ein bisschen drin sehen, aber es hat mich auch so ein bisschen an diese Sequenz erinnert im Blade Runner mit Roy Betty und diesem Augentyp da, ne? Ach, ja, 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 ja. Ne, so ein bisschen, so hinter, äh, Schwarzmarkt und so, ne? Also wir sehen dann da eben diese Person, die sich Mortischen nennt, die, ja, weiß ich nicht, was ist das? Auf jeden Fall, das scheint eben wie eine medizinisch ausgebildete Frau zu sein. Aber es ist kein steriles Labor. Nee, 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 die schraubt da irgendwie an, ich weiß nicht, sie fummelt da an Körpern rum und das deutet vielleicht auch wieder darauf hin, dass es in dieser Welt vielleicht auch schon normal ist, wenn man künstliche Organe hat, so a la Ghost in the Shell wie zum Beispiel, ne? Aber vor allem scheint die irgendwie, also das ist auf jeden Fall die Person, die Dolores dieses Blut besorgt hat von diesem, diesem Teenager aus Kiew, ne? Dieser Lara Aspen, die ja eigentlich schon längst tot ist. Aber da haben wir schon wieder das mit dem Blut, also könnte es auch sein, dass das Blut, das Caleb injiziert bekommen hat, auch noch irgendwie eine größere Rolle spielt, dass Caleb vielleicht jetzt die Identität von ihm annimmt auf Dauer. Dass Blutgruppen in dieser Zukunft im Allgemeinen irgendwie zur Identifikation taugen. Genau. Und auch zur Überwachung ein wenig. Und dass, dass du vielleicht mit diesem Zeug, mit dem das Blut injiziert wird, dass das dann vielleicht deine DNS in der Hinsicht vielleicht auch verändert. Das kann sein, die werden auch, das fand ich auch sehr interessant, als die Szene wechselt, da werden diese Blutbeutel so eingeblendet, ne? Mhm. Als ob das auch irgendeine Rolle spielt und also man, man muss ja sagen, also es war ja schon auffällig, dass das Host-Blut und das normale Blut sich schon irgendwie unterscheiden. Also wie gesagt, diese Sanitäter konnten in der letzten Folge keine Blutgruppe bei Dolores feststellen, weil es eben ein künstlicher Stoff ist. Und es kann aber sein, dass das hier sehr viel weiter noch geht. Also die, die fummelt ja da an allerlei anatomischen Sachen irgendwie rum, die Frau. Sie offenbart dann allerdings, dass Dolores nur dieses Blut haben wollte und dass sie, ja, irgendwie Körper transportieren oder schmuggeln lassen wollte und dass das dann die Yakuza übernommen hat. Und mich hat diese Szene lustigerweise an Repo-Man, The Genetic Opera erinnert mit diesen Organtransplantationen und so. Obwohl, das sind zwei verschiedene Filme, glaube ich. Repo-Man und Repo, The Genetic Opera, ne? Das sind zwei verschiedene Sachen. Äh, ja, nee, Repo-Man, aber das basiert beides auf derselben Story. Im Prinzip ist es beides dasselbe Thema. Mir gefiel besonders, dass The Mortician hatte ja da auch einen Security-Typen an ihrer Seite, der einfach da an einem Tisch saß und Nudeln gegessen hatte und sie in Körfern rumfummelte. So, so, die Umgebung hat so überhaupt keinen Einfluss mehr auf ihn. So abgestumpft, wie man halt nur sein kann. Stimmt, ja, vor allem den hat Maeve dann eisgeil erschossen, ne? Glaube ich. Ja, ja. Der wollte dann irgendwie abhauen und, äh, dann versucht sie die halt mit vorgehaltener Waffe dazu zu bringen, die eben zu den Auftraggebern zu führen. Also zu diesem, also das hat mich auch wieder an Blade Runner einfach erinnert, ne? So diese, dieser leichte Detektiv-Noir-Charakter, der da durchkam und es ist auch eindeutig, man merkt, es ist, es ist inspiriert an Blade Runner, ne? Die ganze Serie ist an Blade Runner inspiriert, das siehst du schon an den vielen Close-Ups von den Augen. Das ist auch so typisch Blade Runner. Ja, ja, das, das hatten wir schon gesagt, aber diese, diese Staffel ist auch so rein von der, von der Ästhetik, auch eben von der, von der zukünftigen Metropole und so, es ist eindeutig davon beeinflusst. Ja, und, äh, bevor wir dann wissen, was es damit auf sich hat, machen wir nochmal einen Schlenker, ja, zum Höhepunkt dieser Folge eigentlich, ne? Oh ja, die Ice-White-Shot-Party-Baby. Ja, genau. Die man, die man, wenn man die Trailer nicht gesehen hat, die man wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte, glaube ich, ne? Ich hatte es verdrängt. Ne, es, es, es gab, also, ich kann mich da auch nicht dran erinnern, dass es in den regulären Trailern gezeigt wurde, aber in diesen Trailern, die, also es, es, es gab ja so eine, so eine Werbekampagne, das haben sie auch relativ clever gemacht, es wurde ja tatsächlich für Inside eine Website ins Leben gerufen und auf der wurden alle möglichen Easter Eggs versteckt und die haben dann, Reddit-User, haben die dann irgendwie im Tagestakt gefunden und da waren insgesamt drei Trailer versteckt und einer ist sehr vergnüglich, den können wir auch hier gerne drunter verlinken, da haben die Macher sich einen Witz erlaubt und zwar, na ja, da ist halt, die Begegnung zwischen Dolores und Caleb ist halt so geschnitten, als wenn das Ganze eine Rom-Com wäre. Ja. Also, ne, das, irgendwie, when, when Caleb meets Dolores oder so heißt das und da sieht man das, dass sie irgendwie auf so eine Fifty Shades of Grey Party gehen anscheinend. Was auch wieder so wunderbar, ja, so Westworld-artig ist, du hast diese Party, aber im Gegensatz zum Beispiel zu der Szene in Eyes Wide Shut ist da keinerlei ominöse Atmosphäre oder sogar etwas Sinnliches und Lustvolles. Nee. Es kommt rüber wie ein großer Markt und alles, was hier stattfindet, ist eine einzige große Transaktion. Ja, es ist eine... Und eine Fleischbeschau. Ja, richtig. Und aber auch eine Charity-Veranstaltung, das darf man auch nicht vergessen, ne? Ja, Prostitution für Charity. Genau. Das ist so, wie abgefuckt ist das, was nochmal klarstellt eigentlich, wie dehumanisierend und einfach wie abstumpfend diese ganze Welt da geworden ist. So heilig ist hier überhaupt nichts mehr. Kleiner Einwand nochmal von mir, das erste Aufeinandertreffen von Caleb und Dolores wurde ja auch inszeniert, wie bei einer Rom-Com, wo sie sich erst die ersten Male verfehlen und dann am Schluss aufeinandertreffen. Und das war auch so typisch klischeehaft Rom-Com. Also die erste Folge, meinst du? Ja, ja. Okay, hab ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber gut. Also guckt euch gerne mal diesen Trailer an. Der ist wirklich spaßig, weil da steht dann auch irgendwie from the producers of Westworld comes Westworld. Und dann irgendwie auch jetzt mit 35 Prozent mehr Romantik oder so. Und dann auch halt mit so einem gefälligen Pop-Song untermalt. Wahrscheinlich to Asbury Lake? Ne. Da hat sich die Marketingabteilung mal einen richtig coolen Scherz erlaubt eigentlich mit. Ja, diese Party ist, also erstmal ist das bildlich unglaublich eindrucksvoll. Also ich möchte nicht wissen, was diese ganze Sequenz gekostet hat. Diese ganzen Kostüme, allein schon dieses ganze Ambiente, die Leute alle mit Masken. Und ich glaube, Liams Maske, also Liam Dempsey wird hier erst eingeführt in der Szene. Seine Maske sieht schon sehr aus wie die von Tom Cruise in Ice White Shut, ne? Es könnte eine Anspielung sein. Ja, die ganze Szene, ja. Wie die Frauen da präsentiert werden, stehen mit den Masken und dann eben sich auch Stück für Stück entblößen. Und vor allem wird diese Folge auch wunderbar. Also diese ganze Sequenz, die lebt unglaublich von der Musik einmal mehr. Und hier hat sich Ramin Javadi mal wieder selbst übertroffen. Und deshalb ist das auch so bezeichnend, denn der Song, den wir hier hören, beziehungsweise das Cover davon, Wicked Games, das ist vom Sänger The Weeknd, den wir ja auch zuletzt ganz kurz gesehen haben in Anka Jams, wo er sich dann selber gespielt hat. Und das Ironische hierbei ist aber eben, dass The Weeknd den Song zum ersten Fifty Shades of Grey beigesteuert hat. Richtig. Dafür sogar eine Oscar-Nominierung für bester Titelsong erhielt. Junge, Junge. Oh Mann. Obwohl, der war noch, ach, der war sogar ganz, ganz okay. Eigentlich, das Video war ein bisschen seltsam dazu. Wobei, Dakota Johnson hing dann da irgendwie auch an der Decke. Das war ja ganz komisch. Dann stoßen wir auf zwei Charaktere, auf die wir letztes Mal gar nicht so eingegangen sind. Äh, nämlich diese, diese Freunde von Liam, äh, ich glaub, die sind ein Pärchen. Äh, ja, ja. Irgendwie Penny und dieser andere. Und die sprechen ihm dann irgendwie ihr Beileid aus, dass jetzt irgendwie Lara Aspen, also Dolores, dass die irgendwie anscheinend tot ist, an der Überdosis gestorben ist, wie es ja offiziell heißt, ne. Und man muss übrigens sagen, diese, diese Freundin von seinem Kollegen, die ist auch, glaub ich, die ist gar nicht so unbekannt, ne. Das ist diese Phoebe Tonkin, vor allem bekannt irgendwie aus Vampire Diaries, hatte ich gelesen. Kann sein. Hab ich mir nie angesehen, aus mehr aus verständlichen Gründen. Jaja, ich, ich hatte das nur halt gelesen. Ist nicht unsere Zielgruppe, Vampire Diaries. Ja, nee. Diese beiden Freunde erfüllen dann aber sehr schnell eigentlich das Klischee von Rich Assholes, weil diese, diese, diese Beileidbekundungen sind sehr geheuchelt und sie wollen dann auch danach sofort zur Party übergehen. Und was Liams Kumpel ihm dann hier auch sagt, so, ja, komm, ist doch egal, hier ist doch alles sauber und geklärt und für einen guten Zweck. Genau. Und Sex an sich ist doch eh irgendwo nur Business, wenn du mal darüber nachdenkst. Und kurz danach gehen sie sich abschießen mit dieser ominösen Droge. Ja, ja, genau, die ominöse Droge, die ist nämlich, die wird hier zwar nur angedeutet, aber sie ist schon, glaub ich, wichtig. Dieser, ach Gott, ich weiß leider nicht, wie dieser Kumpel heißt, egal. Der drückt ihm nämlich was in die Hand, was ihn auf andere Gedanken bringen soll. Eine digital-psychopharmazeutische Droge namens Genre, also wirklich wie Filmgenre. Und ich glaube, die wird noch eine Rolle spielen, denn, ja, Überraschung, Überraschung, die nächste Folge, nämlich die fünfte Episode, heißt nämlich einfach nur Genre. Also kann man gespannt sein, was damit noch passieren wird. Ich dachte auch erst wirklich, dass es eventuell wieder diese Designer-Droge ist, die wir in der ersten Folge gesehen haben. Diese, diese komische Host hier. Die Thomas Kretschmann genommen hat. Genau. Und die auch in, die auch Calebs Mutter bekommen hat, die wohl einfach wahrscheinlich irgendwie eine Art Beruhigungsmittel ist, ne. Aber, ja, man merkt dann auch, dass, dass Liam von dieser Veranstaltung nicht so wirklich angetan ist, dass er da nicht so wirklich Bock drauf hat. Und man muss sagen, das ist schon hier designtechnisch, äh, haben die schon hier wirklich aus dem Vollen geschöpft, ne. Also, vor allen Dingen, der Look dieser, äh, quasi Prostituierten. So, dass man da sogar mit den Erwartungen, wie viel Haut gezeigt wird, wird ein wenig gespielt und das wird auf den Kopf gestellt. Man ist es ja generell in solchen Shows immer gewohnt, dass halt, man sieht eine entblößte Oberweite und sonst nichts. Und hier stehen diese Frauen auf diesen Podesten, tragen Jacken, die die Oberweite gerade noch so verdeckt. Aber untenrum sieht man dann aber alles. Ja, ja, das war's, ja. Das ist auch für, für in Sachen HBO-Nacktheit nichts Selbstverständliches. Das ist nochmal der Kontrast zu der Anzugsanprobeszene von Caleb. Mhm. Irgendwie sieht aus wie in einem Videospiel, wie sie dastehen. Ja, ich bin auch so ein bisschen am Überlegen gewesen, ob das überhaupt Menschen sind. Weil es fällt auf, neben jedem Podest und jeder Tussi steht so ein Typ mit einem, mit einem Tablet oder so. Das kann natürlich auch nur für die Überweisung der Käufe sein. Aber ... Ich glaub, es sind Hosts. Es könnten Hosts sein. Aber das würde dann ja bedeuten, dass Delos auch dann die Finger im Spiel hat. Und es ist ja eigentlich, es ist ja wohl irgendwie eine Inside-Veranstaltung. Oder nicht, nicht, weiß ich, ich denke mal, das könnte auch von Inside gesponsert sein irgendwo. Wobei ja gut, es ist nicht Liams Veranstaltung. Es ist wohl allgemein, es ist eine Auktion, glaub ich, ein Stück weit. Ne, auf jeden Fall ist es eine Fleischbeschau. Wobei, ich muss sagen, es ist wahnsinnig stilvoll in Szene gesetzt. Also, das mag jetzt alles so ein bisschen billig klingen. Aber es ist ... Also, ich frag mich ernsthaft, was hat diese Sequenz gekostet? Wirklich. Ja, du hast super coole Kostüme. Du hast eine sehr geschmackvoll eingerichtete Location. Du hast auch tolle Ideen, wie die Streicher, die da sitzen und spielen, die tragen alle diese Qubit-Masken. Also, ja, es ist unglaublich cool. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig geschmackvoll. Also, es wirkt nicht irgendwie billig inszeniert. Die Kamera ist auch ganz toll in der ganzen Sequenz. Und, äh, also, die Musik von Ramin Javadi, die hält alles zusammen. Ne? Also, die Sequenz fand ich vielleicht hervorragend. Und die geht ja auch noch weiter. Weil, ihr habt's ja grade schon gesagt, also, Liam hat nicht wirklich Bock auf die Veranstaltung, will irgendwie auch nichts wissen von billigen Huchen. Aber eine tut es ihm dann doch an. Und ja, man merkt halt schon, Dolores spukt noch in seinem Kopf herum. Ja, von der Haarfarbe und auch sonst vom Look war sie Evan Rachel Wood mehr als ebenbürtig. Außer von der Oberweite her. Die sie aber dezent zurückhält in der Folge. Ja, das ist, also, es ist irgendwie auch schon echt lustig, wie sie da mit den Kontrasten spielen, ne? Ja. Dass die obenrum noch so gerade eben bedeckt ist, aber untenrum komplett frei. Aber es wirkt trotzdem nicht billig, finde ich. Es wirkt ästhetisch und sehr geschmackvoll. Ja, die Ice-White-Shut-Vergleiche kommen ja nicht von ungefähr. Das ist genau so. Es hat natürlich jetzt hier nicht die Handwerkskunst eines Kubricks, aber es ist mit so viel Style und Coolness inszeniert, wie man sich das eben hier bei den Nolans denken kann. So stellt man sich Fleischbeschau unter Hipsters, unter reichenden Rich-Hipster-Kids vor, denke ich. Was dann auch hier wieder, Patrick hebt das ja so oft hervor, die Farben, die spielen ja auch wieder eine ganz große Rolle, weil Liam trägt eine weiße Maske. Und als dann Dolores und Caleb zu der Veranstaltung dazustoßen, war sich dann auch, oh Gott, ey, die Musik von Ramin Javadi. Hört euch dieses Cover wirklich an. Also ich hab danach auch das Original gehört von The Weekend, das ist mir scheißegal. Aber dieses Cover, das ist göttlich, wirklich. Also das ist eines, das ist, würde ich sagen, vielleicht das Beste bislang, was Ramin Javadi zu der Serie dabei gesteuert hat. Das ist top noch, weil das hält wirklich so diese Sequenz zusammen, auch dramaturgisch im Ton, wie dann dieses Cover sich ändert in Tempo und Orchestrierung. Einfach großartig. Ja, und Dolores kommt dann eben rein mit dem lapidaren Kommentar, ja, sie dachte eigentlich immer, dass die Welt außen so anders sei, aber irgendwie ist da gar nicht so viel anders. Und sie wird dann auch informiert von dem Connals Host, der oben steht und ja, ihr Lakai ist inzwischen. Und ja, dann geht Liam so langsam ein kleines Lichtchen auf, denn als er diese Dolores sehr ähnlich aussehende Prostituierte eben für seine Zwecke kaufen möchte, ja, ist er halt pleite, auf Deutsch gesagt. Also die Identifikation haut nicht hin, beziehungsweise die Überweisung wird abgelehnt. Was in diesem Kreis und in dieser sozialen Schicht vermutlich das demütigendste sein muss, was einem passieren kann. Ja, vor allem, man merkt dann auch, er will dann, er macht dann erst so eine Geste, als will er irgendwie seine Brieftasche rausholen, aber ich glaube, er hat gar keinen. Nein, nein, nein. Also es kann sein, dass es in der Zukunft gar kein Bargeld mehr gibt, so gesehen. Also wir haben doch nie Bargeld gesehen. Das wird Corona-Zeiten echt schön. Von allen erdenklichen Visionen, die wir da haben, das ist ja wohl das Allerwahrscheinlichste. Da steuern wir ja mit rasanten Schritten drauf zu, glaube ich, das Ende des Bargelds. Ja, erst recht mit Corona. Von wegen, man soll nur noch mit Karte zahlen und so. Sehe ich sehr kritisch. Ja, Liam ist dann alles anders begeistert natürlich. Ich meine, der Mann, der ist ja wahrscheinlich einer der reichsten Männer der Welt. Und so gedemütigt will er dann halt Connells aufsuchen und der sagt dann eben Dolores Bescheid, dass der so langsam jetzt den Braten riecht. Und dann stolpert Liam, der eigentlich zu Connells will, stolpert in Bernard und Stubbs hinein. Der läuft direkt in die Reihen und Bernard versucht dann, den Klicker zu benutzen und wundert sich, warum es nicht funktioniert. Und dann wollen sie den mitnehmen mit vorgehaltener Waffe, wollen sie ihn entführen. Ja, und dann kommt Dolores ihnen zuvor, schießt auf sie. Und ja, dann kommt jetzt eine Sequenz. Also die fand ich eigentlich geil, aber eigentlich war sie überflüssig. Und sie war stumpf. Ja, obwohl ich den Kampf an sich toll fand. Wie gesagt, auch wieder mit der Musikuntermalung fand ich es ziemlich toll. Ich fand dabei auch so cool, wie dann die beiden Freunde von Liam halt auf Drogen sind und dann denken, ja, scheiße, jetzt bilden sie sich ein, dass Lara Aspen da gegen einen da kämpft. Genau. Ja, wir müssen es ja kurz umreißen, dass, soweit ich weiß, ist es doch dann so, dass genau Dolores drückt irgendwie, glaube ich, Caleb die Waffe in die Hand, weil der irgendwie hinter Liam her soll. Der soll den irgendwie dingfest machen. Und sie prügelt sich mit Stubbs. Und das ist schon dann wirklich, also sie haut dem ordentlich die Fresse ein, er haut ihr auch ordentlich auf die Fresse. Und ich muss sagen, das sind ja zwei Hosts, die sich hier bekämpfen. Und ja, es ist schon ziemlich grober Kampf eigentlich. Und es ist selten, dass man Frauen in so grobkörnigen Faustkämpfen sieht. Vor allem sie ist jetzt im Vergleich zu Caleb schon recht zierlich. Aber wie die dem auch noch einschenkt, das ist beachtlich. Ja, es ist, man merkt hier und da, dass das von den Proportionen nicht ganz hinkommt. Ja, du musst bedenken, sie sind zwei Hosts. Ja, aber in der Realität hätten ihre Schläge bei ihm wohl nicht so viel ausmachen können. Aber wie das choreografiert ist, war schon ganz nett. Und es sind beides Hosts, wie gesagt. Du musst bedenken, die sind ja, es kann sein, dass deren Körper auch irgendwie darauf angelegt sind, irgendwie dann über ein Update oder was auch immer mehr Muskelmasse auszuprägen. Also Dolores ist körperlich stärker, als man denkt. Na? Ja. Sie spielt auch immer sehr damit, dass sie so zierlich aussieht, um so die Leute zu entwickeln. Also im passenden Moment täuscht sie die Schwäche vor, im passenden Moment klimpert sie da mit den Augen, um da die Leute einzuwickeln, um sie dann im nächsten Moment wie den einen da auszunocken. Ja. Ja, aber der Kampf ist schon... Rau. Der ist schon ganz schön, ganz schön herbe. Und er endet dann damit, dass sie Stubbs wirklich eine Brüstung runterschmeißt in diesen, in diesen Galasaal. Und ja, dann war der erst mal nicht gesehen mehr in dieser Folge. Ich denke aber, er wird noch auftauchen. Ja, ja, natürlich. Das ist ein Host. Die können ja nicht wirklich sterben in dem Sinne. Richtig. Und dann fand ich ein Detail sehr schön. Ich frag mich auf Evan Rachel Wood, das improvisiert hat, oder ob es im Skript stand. Weil, also zum einen liegt diese Penny da irgendwie und ist total auf dieser Genre-Droge. Und wie sie dann da sitzt und das anstarrt, von wem Gott verdammt ist das geil oder so ähnlich. Und ihr Freund, der dann interessanterweise mit einer anderen irgendwie rumläuft, aber ja gut, das ist wahrscheinlich, könnte auch eine Prostituierte gewesen sein, der sieht dann auch Lara beziehungsweise Dolores und erkennt sie dann wieder. Und sie sagt gar nichts, sondern macht nur eine Geste zu ihm, irgendwie zu ihrer Schläfe. Und das ist ja ein Bezug auf diese Geste, die sie bei ihm in der ersten Folge gemacht hat. Das haben wir gar nicht so erwähnt, wo sie da irgendwie auf diesem Inside-Dinner sind. und sie dann irgendwie erklärt, weil er sagt dann, glaube ich, er sei Atheist. Und es geht dann eben auch um diese Frage, also er hat das, glaube ich, in den Raum geworfen. Von wegen leben wir in einer Simulation, die in einer Simulation stattfindet. Und sie sagt dann eben, dieser Teil des Gehirnes ist dazu gedacht, dass man, oder auf jeden Fall, da entsteht der Glaube an eine höhere Macht. Und man könnte es jetzt so interpretieren von wegen, ja, sie ist eine höhere Macht, so gesehen. Sie ist eigentlich eine Göttin, ne, an der Stelle. Ich frage mich, ob es improvisiert war tatsächlich. Was meint ihr? Möglich. Was ging einfach so schnell im Vorbeigehen? Ich fand's cool. Ich fand's extrem cool. Ich meine, das hätte alles in dem Moment bedeuten können, auch irgendwie hier, ne. Du siehst gerade nicht, was du siehst. Du bist auf Droge. So wenig, dass man mit der Wahrnehmung in dem Moment gespielt hat. Das könnte vieles bedeuten. Ja, aber ich denke auch, dass das so im Skript stand. Und, also, ich hab ein Interview mit Evan Rachel Wood gesehen. Da hat sie gesagt, wie detailliert diese Skript sind. Da sagt sie irgendwas, sie soll möglichst tot gucken, aber aus ihrem Auge soll eine Träne kullern. Mhm. Und trotzdem so minimal Emotionalität rüberkommen. Also, so wie, sie hat da in diesem Interview gesagt, dass diese Skripte wirklich sehr, sehr komplex sind. Und manchmal denkt sie, ach, diese Drehbuchautoren sind Arschlöcher. Tja, aber irgendwie macht sie das auch zu einer besseren Schauspielerin, weil diese Herausforderungen, die sie dann bewältigen, das kann sie ja dann auch später anwenden. Westworld sind für sie die Acting-Olympics. Voll ich. Mal in einer Late-Night-Talkshow sagen. Voll ich, ja, ja. Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Und das passt hier dann an der Stelle auch wirklich richtig gut. Also, man kann die Frau in dieser Serie nicht genug loben. Also, man kann in geteilter Meinung sein über das, was sie so auf Twitter von sich gibt. Aber das ändert nichts daran, dass ihre Leistung ja einfach herausragend ist in der Serie. Ja, und bevor wir nach dieser ... Also, ich kann nur mal sagen, ich fand diese Sequenz einfach sehr eindrucksvoll. Und ich glaube, dass die echt teuer war. Diese ganze Gala da. Die ganze Serie, beziehungsweise die ganze dritte Staffel wird sehr teuer gewesen sein. Ja, allein schon wegen der Besetzung. Also, Aaron Paul wird auch nicht so billig sein, denke ich mal. Der hat schon jetzt einen gewissen Namen. Ja, aber bevor wir dann jetzt zur ... Ja, eigentlich zur ... Doch, es ist jetzt schon ... Es leitet auf jeden Fall jetzt schon zum großen Twist hin, dieser Folge. Denn wir haben ja ein Phänomen, was wir auch schon bei der zweiten Staffel hatten. Sie teasern uns erst mit allen möglichen Sachen an. Und dann legen sie etwa auf der Hälfte der Staffel legen sie Plötzigkeiten auf den Tisch. Einfach so. Das war in der zweiten Staffel eben mit der ganzen Nummer mit James Delos und dass er eben ein Host ist. Und da wurde dann ja der wahre Zweck des Parks offenbart. Und hier haben wir es jetzt mit ... Ja, der Enthüllung, von der wir eigentlich dachten, dass sie erst so gegen Ende der Staffel kommen würde. Ja, die Bällchen. Was hat das auf sich mit den Bällchen? Oh nein, die Bällchen, ja. Nennen sie doch Perlen, nicht Bällchen. Du hast im ersten Cast noch gesagt, dass du Bällchen albern findest. Exakt aus diesem Grund sage ich jetzt Bällchen. Ich erinnere mich. Dient der Auflockerung. Bekommt er bei Asiat noch mal eine ganz andere Bedeutung, Bällchen. Gut, wir machen einen Schwenker zu Maeve, die mit dieser Mortician zu einer ... Ja, ich weiß gar nicht, was war das? Da stand Distillery, also Brennerei. Ja. Und ich hatte gelesen, oder in einem YouTube-Video hieß es, dass selbst der Name, der Name von dieser Brennerei hat selbst irgendwie eine Bedeutung ... Oh. ... oder irgendwie einen Bezug zum Buddhismus, wo es darum geht, dass ein und dasselbe Individuum in verschiedenen Körpern steckt. Junge, Junge, Junge. Also, das musst du dir mal vorstellen, diese Detailfülle. Da wundert man sich manchmal, dass es in allen großen Anführungszeichen nur zwei Jahre dauert bis zur nächsten Staffel. Genau. Ich meine, beim Skriptschreiben müssten sie sich ja nicht nur Handlungsstränge ausdenken, sondern kommen auch immer auf die Idee, jenen oder diesen Begriff zu benutzen, weil er von der Bedeutung her auf das passt, was gerade passiert. Richtig. Ich denke, locker die Hälfte der Zeit geht einfach da für die Skripte drauf. Und diese ganzen Details, die sie da miteinander verweben müssen, noch dazu musst du überlegen, wie sind die Darsteller gerade eingebunden? Aaron Paul ist ja auch nicht unbedingt ein wenig beschäftigter Mensch, dass sie das auch mit den Drehplänen von den anderen Darstellern irgendwie auch vereinbaren können. Ja, oder Nolan und Joy haben einen Assistenten extra dafür. Sie sind dabei zu schreiben, du da, such mir einen Namen für diese Destillerie, der eine Bedeutung hat auf Identitäten in einem Körper. Los. Und dann fängt dieser Mann an zu recherchieren. Und dann auch noch aus dem asiatischen Raum, obwohl ich glaube, dass es eher damit zusammenhängt. Sie arbeiten wohl sehr eng auch mit dem Produktionsdesigner Howard Cummings zusammen. Das dürfte es eher sein. Ja, ich muss sagen, ich habe die Sequenz beim ersten Mal nicht so ganz verstanden, also dass Maeve sich da Zutritt verschaffen kann. Obwohl sie die Zugangscode da gar nicht kennt an dieser Tastatur. Da ist ja auch wieder, sie hat irgendwie Einfluss auf elektromagnetische Geräte, ne, mit ihrem Admin-Zugang. Aber warum sie dann eben diese Yakuza da steuern konnte, das habe ich erst später verstanden. Denn sie wird zwar von diesen Yakuza bedroht. Und das ist dann auch sehr ironisch, weil sie sagt dann an einer Stelle, Gott, das ist ja total altmodisch. Du brauchst eine Waffe, die richtig für dich zielt. Und dann kann sie ja seinen Arm steuern. Und wir ahnen es so langsam, es sind Hosts anscheinend. Alle. Diese Yakuza sind Hosts. Und es kommt noch besser, deren Anführer, um das jetzt ein bisschen vorzugreifen. Trommelwirbel. Deren Anführer ist auch ein Host. Ja. Und zwar nicht irgendein Host, sondern einer, den wir kennen, nämlich Musashi aus der zweiten Staffel aus dem Shogun-Park. Gespielt vom, wie ich finde, wunderbaren Hiroyuki Sanada. Der hat ja auch echt eine eindrucksvolle Kampfszene in der zweiten Staffel, ne, mit dem Samurai-Schwert. Ah, ja. Und ja, auf den trifft sie die hier dann. Der erschießt diese Mortischen einfach so. Ja, was sehr auffällig ist, die sind da anscheinend irgendwie in einer Art Kühllager. Oder auf jeden Fall werden da irgendwie Fässer mit Flüssigkeit gehortet. Was zuerst aussieht wie ganz, ganz klassische Fässer, wo Whisky gelagert wird. Man hätte sich denken können, in jedem Moment kommt Mila Kunis um die Ecke, um irgendwie Jim Beam anzupreisen. Der war gut, der war gut. Sehr gut. Hast du denn auch erst gedacht, dass ein gewisser Robert Ford da ankommt, bis er sich dann zu, äh, erst Musaki da rausgestellt hat? Äh, ich hab nicht mit Robert Ford gerechnet, aber ich hab auf keinen Fall mit Musashi gerechnet. An diesem Punkt mach ich jetzt mal die Prognose. Vielleicht liege ich da in vier Wochen komplett falsch. Dann können wir gerne wieder darauf eingehen. Aber ich sag das jetzt einfach mal. Kein Robert Ford in dieser Staffel. Ich sage nein. Ja, ich so langsam auch. Wir sind jetzt auf der Hälfte. Wobei, ja gut, er kam letztes Mal auch erst ab Folge 6, aber gut. Ja, ja. Ja, und dann ist schon sehr auffällig, sie tötet dann, glaub ich, einen von diesen Yakuza, ne? Mit einem Samurai-Schwert. Was da irgendwie einfach rumsteht. Das fand ich ein bisschen komisch. Und dann ist sehr auffällig, sie tötet diesen Typen, indem sie ihn durch ein ... Also, der liegt gegen einen Fass gelehnt erst. Und dann durchstößt sie ihn mit dem Samurai-Schwert und spießt damit auch das Fass auf. Und was läuft daraus? Eine sehr bekannte Substanz. Milch. Milch. Hostmilch. Ja, diese Hostmilch. Oder ja, wir nennen sie wirklich einfach Milch. Die wird ja anscheinend hergestellt oder gelagert oder was auch immer. Und ja, dann trifft sie eben auf Musashi, der ihr eben vorwirft, dass, ja, sie ... Dass Maeve alle zurückgelassen hat. Na, und dass Dolores ihn in die reale Welt geholt hat, beziehungsweise zurückgeholt hat. Neu hat rendern lassen. Und dann kommen wir jetzt wirklich zu dieser Sequenz, wo diese Serie an drei Fronten gleichzeitig in einer Szene auflöst ... Oder nee, Quatsch, an vier Fronten? Nee, an drei Fronten. Es sind drei, ja. An drei Fronten auflöst. Aber dafür müssen wir noch was anderes etablieren, bevor wir dazu kommen können. Nämlich wieder zu Charlotte und William zurück. William, der zu relativ seinen Man-in-Black-Look wieder hergerichtet hat. Obwohl Charlotte irgendwie sagt, sie würde förmlich einen Geist sehen. Ja, es ist reale Welt-Business-William. Nicht der Man-in-Black-William. Diesen Problem hat man ja schon noch länger nicht mehr gesehen. Obwohl er natürlich komplett in schwarz ist. Also, damit wird dann schon auch drauf angespielt. Und Ramin Javadi spielt auch das Man-in-Black-Theme an der Stelle ziemlich geil ein, wie ich finde. Und jedes Mal, da sieht man, was für einen großen Eindruck die Show bisher bei mir hinterlassen hat. Das ist, ich fühle mich fast schon an diesen Stellen ein bisschen dämlich, weil man macht das ja auch oft mit Star-Wars-Fans. Man triggert sie einfach mit der Nostalgie. Aber in diesen Momenten, du musst immer nur ein kurzes musikalisches Stück anklingen lassen aus den früheren Staffeln. Und jedes Mal wird mir warm ums Herz. Das war so in der ersten Folge, als William zu dem Boots, äh, William, als Bernard zu dem Bootsmann gesagt hat, ich will nach Westworld. Dann wird da was angespielt. Und als William da zur Tür rauskommt und du hast das Stück, ja, wunderbar. Das funktioniert bei mir einfach. Der Unterschied zu Star-Wars und Westworld ist aber, dass Westworld sich auch traut, neue Sachen zu bringen und auch die Zuschauer nicht unterfordert, sondern eher fordert und dann ab und zu mal so ein bisschen Nostalgie da mit reinbringen. Das ist einfach so eine kleine Auflockerung und Belohnung für die ganzen Fans, die sich da so ein bisschen ... Also, ich würd's jetzt auch nicht nur als Nostalgie irgendwie begreifen. Nö. Es ist einfach, also, deshalb würd ich jetzt aus dem Vergleich mit Star-Wars wirklich gar nicht ziehen an der Stelle. Ja, ich wollt halt nur sagen, dass das zieht bei mir so einfach, wie es eben bei Fans einer gewissen Space-Opera auch immer zieht. Die Anklänge an Dinge, die man eben kennt. Und ja, schön, bitte, mehr davon. Das hat einfach an dem Moment, das hatte man das Gefühl gehabt, der alte William, wie man ihn kennt, ist vollkommen zurück. Aber wie wir dann sehen, ist es dann doch nicht. Nee, weil sein Geist der Vergangenheit in Form von Emily lässt ihn nicht los. Also, er will, weiß nicht, Charlotte sagt ja schon länger, da sind irgendwie zwei Leute draußen, die eskortieren dich zum, oder sie zum Delos-Hauptquartier. Ja, und das weist schon so ein bisschen darauf hin, was da wirklich im Busch ist, ne. Aber William, ja, versucht sich wieder zu sammeln, ne, und sagt von wegen, ja, ich komm erst, wenn ich will, weil die Leute da draußen arbeiten für mich, ne, denkt er jedenfalls an der Stelle. Und ja, dann kommt Emily, die tote Emily, nochmal auf ihn zu und sagt ihm, Ach ja, du hast mir Geduld beigebracht, Daddy, ich werd hier auf dich warten. Nachdem er irgendwie sagt, ja, es war meine Absicht, dich zu erschießen, weil ich dachte, du bist nicht echt, du bist ein Host. Und er sagt dann, ich hab jetzt noch eine Absicht, ich werd jetzt hier rausgehen und dich zurücklassen. Das Problem daran ist allerdings, dass dieses Zwiegespräch mit sich selbst, na ja, das hat die Charloris vor der Tür anscheinend mitbekommen. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Moment, zu dieser Parallelmontage, die Paul Cameron toll umgesetzt hat, die mir allerdings ein bisschen von den Dialogen her zu sehr on the nose ist. Gut, du musst das so sehen, das ist ein wichtiger, erklärender Moment. Alles ist jetzt neu gemischt nach diesem Moment. Da kann ich verstehen, dass man ein bisschen sehr darauf ansetzte, dass es auch wirklich jeder versteht. Weil du hast hier, an manchen Stellen sind das, was die Charaktere sagen, ja, finde ich schon noch ein bisschen vage. Oder halt vage genug, dass man es auch falsch interpretieren könnte. So, wenn dann eben einer dieser Martin-Hosts zu Bernard sagt, ja, ich bin doch dein einziger Freund. Und könnte auch unter gewissen Umständen Robert Ford sein, was er natürlich nicht ist. Aber, na ja, ich fand schon, das war von den Dialogen her passend, dass man eben das so aufgelöst hat. Aber das müssen wir, das müssen wir, ja, nee, da fand ich es auch noch passend. Bei Maeve fand ich es ein bisschen plakativ. Aber wir müssen das, glaube ich, noch jetzt ein bisschen herleiten. Also, das ist ja eine Dreiermontage. Wir haben auf der einen Seite haben wir eben diese hier mit Caleb und Liam und Bernard und Connals. Also, Caleb hat ja Liam irgendwie Ding festmachen wollen. Und dann kommt Bernard dazu. Und das Interessante ist, dass Bernard denkt, dass Caleb auch ein Host ist. Und da merkt man, da wird man sich erst mal bewusst, dass Caleb wirklich überhaupt keinen Plan hat, was da überhaupt abgeht. Also, er weiß, er weiß, Bernard sagt ja irgendwie von wegen so, ja, du bist, du bist doch einer von uns. Du hilfst ihr. Du bist einer von uns. Ja, ja, und ja, keine Ahnung, was du willst, aber ich puste dir die Birne weg, wenn du, wenn du mir den Typen nicht überlässt, ne? Sagt dann irgendwie Caleb. Und dann kommt Connals dazu. Und, äh, ja, Liam wundert sich, wo er die ganze Zeit geblieben ist. Und dann ballert aber Connals, beziehungsweise der Connals-Host, ballert alle Security-Typen irgendwie von Liam über den Haufen, glaube ich. Und dann ist aber interessant, er lässt die gehen. Er lässt, er lässt Liam gehen. Er sagt von wegen, hau ab, bevor ich den Loch in den Schädel puste. Und er lässt auch Caleb gehen. Und das war so ein bisschen, das wirkte ein bisschen konstruiert auf mich tatsächlich. Aber das sollte vielleicht auch zeigen, dass diese, diese Hosts irgendwie auch eine gewisse Individualität entwickeln, obwohl sie, ja, sollen wir es jetzt an der Stelle sagen? Ja. Ja. Sollen wir, sollen wir die Enthüllung machen? Bring es. Ja, die Szene schneidet sowohl, also diese Szene zwischen Connals und Bernard, dann die zwischen Maeve und Musashi und die zwischen Charlotte und William. Die werden alle in einer Parallelmontage ineinander geschnitten und die große Auflösung ist, in allen dreien steckt Dolores, beziehungsweise Kopien, die sie von sich selbst gemacht hat. Und Maeve wäre erst fast drauf gekommen, weil sie nämlich, und da war das Marketing bei den Teasern nämlich auch wirklich raffiniert, in einem Teaser, ich glaub, in diesem Weeks-Ahead-Teaser war nämlich zu hören, bist du das da drin, Teddy? Ne? Und man dachte eigentlich erst, dass sie das vielleicht, weiß nicht, ich hatte gedacht, dass vielleicht in irgendeiner Folge Maeve dann vielleicht irgendwie auf Charlotte treffen würde und das dann zu ihr sagt. Aber stattdessen sagt sie das zu Musashi. Ja, und der stellt sich dann eben, ja, als Dolores heraus. Genauso wie auch Connals. Das heißt, Fans von Staffel 1 und 2 müssen hier vielleicht eine bittere Pille schlucken. Ja. Weil das heißt, auf bestimmte Gesichter, die man sich wieder hätte freuen können, das gibt nichts. Kein Teddy, keine Clementine oder wie man sonst noch gerne wieder gesehen hätte, kann man jetzt alles vergessen. Vorerst, vorerst. Ja, vorerst. Wenn also Maeve Neo ist, dann ist Dolores Agent Smith. Oh ja, sie multipliziert mich auch noch, ja, passt. Ja, genau. Es passt, ja. Ja, ich hatte auch solche Memes auf Twitter gesehen. Mii, 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 Mii. Oder auch dieses Breakdown-Video, da hatte, glaub ich, jemand die Köpfe von Dolores irgendwie auf Agent Smith kopiert. Ah. Das Dolory, mehrere Dolory haben wir jetzt. Ja, also, Fakt ist, wir haben drei Dolores Hosts. Damit sind allerdings immer noch zwei Kugeln frei. Also zwei Perlen. Eine muss der Bernard sein, das ist ja diese rötliche. Und die andere ... Ja, in wem steckt die? Hm. Das ist immer noch die Frage. In wem steckt die fünfte Perle? Das wird wahrscheinlich dann noch mal irgendwie ein Twist sein. Aber ... Also, jetzt mal so die Frage an euch. Wie habt ihr diese Auflösung empfunden? Ja, zum nächsten Mal hat der Twist seinen Zweck erfüllt. Er war nicht vorhersehbar. Das hab ich nicht kommen sehen. Nein, dazu gar nicht. Weil sie haben einen mal wieder gekriegt. Und das ist ja die zu allererste Intention. Wohin das jetzt führen wird, nun ja, es passt natürlich auch zu Dolores radikaler Einstellung. Ja. Denn da ist auch der Vergleich mit Agent Smith gar nicht so verkehrt. Agent Smith wurde am Ende durch diese Löschung aus der Matrix und dieser Computer-Virus, zu dem er ja dann wurde, zu einem völlig nihilistischen Wesen, das nichts mehr anderes akzeptieren konnte außer sich selbst. Und auch er hat die reale Welt betreten in einem menschlichen Körper. Ja. Und Dolores ist eben auch hier auf diesem radikalen Trip, dass sie nichts Gutes mehr sehen kann in der Menschheit. Sie hat ja auch noch nie was Gutes von der Menschheit kennengelernt, das sei ihr gegeben. Aber sie ist in dieser extremen Phase, wo sie eben nichts anderes kennt als Extreme und dementsprechend handeln will. Von daher passt es schon ganz gut, dass sie hier denkt, ich kopiere mich selbst mehrmals, weil, das wird ja auch an dieser Stelle gesagt, das sagt ja dann auch hier der Sato-Host, du kennst das ja, Maeve, wenn du etwas richtig machen willst, dann mach es selbst. Ja, da musste ich sehr an Heath Ledger in The Dark Knight denken, wo der zu den Mafiosi sagt, wenn du gut in etwas bist, mach es nie umsonst. Das ist auch so ein ... Die Nolan-Brüder haben ab und zu mal solche Catchphrases. Ich muss dazu sagen, also, ich finde schon, bei dieser Kopiernummer merkt man, und das haben sie auch in mehreren Interviews bestätigt, als sie diese Szene geschrieben und gedreht hatten mit Dolores, die eben diese Kontrolleinheiten wie so Dino-Eier aus dem Park schmuggelt, hatten sie noch keine Ahnung, wer darauf gespeichert ist. Also, sie wussten selber nicht, wo das hinführt an der Stelle. Und das merkt man hier durchaus. Ich fand es allerdings nicht billig mit den Kopien, das kann ich schon mal sagen. Es bleibt ja immer noch ein Restmysterium und vor allem dann auch im Hinblick auf die Zeitebenen. Ich muss allerdings sagen, also, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wenn ich dann so an die letzte Folge gedacht habe, insbesondere an die Szene mit dem Hund da im Park und Charloris, weil, na ja, da war ja auch so dieser Wechsel der Emotionen. Also, Tessa Thompson hat es wirklich geschafft, diese Art zu spielen. Von Evan Rachel Wood hat sie wirklich geschafft, in ihre Performance zu importieren, sozusagen. Und was der größte Witz an der ganzen Szene ist, die Schauspieler sollen allesamt nicht gewusst haben, welchen Host sie da spielen. Oh. Bis zu dieser Szene. Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Ich habe es mir ja noch bei der letzten Folge angeschnitten. Ich habe gesagt, mit der darstellerischen Leistung ist sie auf einem Level mit Evan Rachel Wood. Ja, absolut. Absolut. Ja, für mich hat dieser Twist aber auch so einen leicht gestellten Beigeschmack. Muss ich sagen, ich hoffe, dass sie das noch gut umsetzen und dass es nicht nur auf so eine Matrix-Konfrontation hinausläuft, sondern dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Na, es könnte wirklich sein, was man schon gesehen hat. Ja. Die stehen dann beide auf einer verregneten Straße, stehen sich über. Hallo Maeve, willkommen zurück. Ich habe dich. Ah ja. Nee, bitte nicht. Und dann mit tausenden Dolori. Dolori. Nee, aber was ich noch ganz cool fand, war die, das muss man ja noch sagen, also Musashi greift dann ja Maeve an, ne, mit dem Samurai-Schwert, weil er halt, also er weiß ganz genau, dass Serac sie geschickt hat und will es halt nicht zulassen. Also sie hätte wohl irgendwie auch einen Platz in ihrer neuen Welt bekommen, ne, mit ihrer Tochter zusammen, aber sie kann, äh, äh, der, oh Gott, wie nennen wir ihn jetzt denn? Mo, Musch, 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 Muschores, keine Ahnung. Muschores. Äh, der kann es halt nicht zulassen, dass Serac ihr Vorhaben gefährdet und ich muss sagen, ich fand es schon echt erschreckend, was die da macht. Also, dass die da wirklich, und darauf haben ja diese Milchfässer hingedeutet, die baut da eine Armee auf. Also, das ist schon beängstigend. Also, ich muss zugeben, das hätte ich dir nicht zugetraut, dass die so weitsichtig ist. Und wer dann auch natürlich völlig überrumpelt ist von der Information, wer jetzt eben in Hale steckt, ist halt William. William. Also, der peilt endgültig. Und das Perfide an dieser Szene ist, die ist auch so grandios gespielt von Tessa Thompson. Wollte ich gerade sagen. So, diese absolut ekelhafte Freude, die sie daran hat, das aufzudecken und auch William bloßzustellen. Ja. Und ihn dann eben auch für wahnsinnig erklären zu lassen. Das ist großartig. Tessa Thompson kann auch, genau wie Evan Rachel Wood, ganz schnell von süß auf richtig böse umschalten. Ja, wie sie dann so, oh, er kann doch nichts dafür. Er ist doch krank. Und er so die ganze Zeit so, mein Gott, sie ist eine Betrügerin. Und von wegen, ich reiß dich in Stücke, du verdammtes Miststück. Und das, er wirkt dann da ja wirklich völlig von Sinn. Und man merkt dann auch so langsam, diese beiden Typen, die sind nicht dazu da, um ihn ins Hauptquartier zu bringen, sondern ins irren Haus endgültig. Wie sie ihm dann noch genüsslich da erst so verteidigt und dann noch so dieses Jahr, ich hab's dir doch gesagt, quasi so hingeht und ihn dann noch fertig macht. Sie injiziert ihn ja noch kurz etwas, das ihn dann wahrscheinlich noch mal halluzinieren lässt. Also wir haben hier dauernd irgendwelche halluzinierenden Drogen auch noch im Spiel. Ja, ich glaube aber nicht. Und da deutet jetzt endgültig drauf hin, dass das hier in einer anderen Timeline ist oder zu einem anderen Zeitpunkt spielt. Ich glaube nämlich, also es geht ja dann darum, dass er letzten Endes seinen Posten verliert bei Delos und dass sie so gesehen der stellvertretende CEO wird, was wir ja gesehen haben in der ersten Folge. Und ich glaube, wenn ihr euch erinnert, in der ersten Folge sahen wir diesen leeren Stuhl und da wurde ja gesagt, dass William in seiner Abwesenheit irgendwie einen digitalen Stellvertreter ernannt hätte. Und das kann er ja schlecht getan haben. Und ich glaube, dass sie das mit seinem Blut getan hat. Dass sie das damit entsperrt hat. Ah, schon wieder das Blut. Das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Ja, erinnert ihr euch an diese Stelle aus James Bond Spectre mit dem Smart Blood, wo man ja Leute orten möchte, um ihn etwas in ihr Blut zu injizieren? Und dann hast du diese Idee, ja, das ist vielleicht auch sehr nah an der Realität und könnte auch sehr früh Realität werden. Aber da kommen wir jetzt zu dem Punkt, dass ich denke, wir werden Future World gar nicht sehen, dass das alles ein perfider Plan von Dolores ist, dass sie William nach und nach so langsam verrückt werden ließ, um ihn glauben zu lassen, dass er selber ein Host ist, um sein Minderwertigkeitskomplex da noch mehr herauszugraben. Weil er ja die ganzen Hosts wie Abschaum behandelt hat. Und es wäre umso perfider, wenn sie ihn dann glauben lässt, dass er ein Host ist. Ja, das ist ja schon länger. Das ist ja schon ... In der zweiten Staffel ist das ja schon, ne? Nachdem er seine Tochter erschossen hat, dass er da irgendwie in seinem Arm rumwühlt, weil er denkt, er ist ein Host. Und dann haben wir natürlich auch noch die Post-Credit-Szene aus Staffel zwei. Ich frag mich echt, was da nochmal kommen wird. Ich denke, es wird kein Future World geben. Ich denke, das ist alles nur in Williams' Einbildung. Äh, ich glaube so langsam, dass Rehoboam irgendwie eine Scheinwelt erschaffen hat. Und dass wir ... Also, ich meine, es ist doch seltsam, dass wir auf den Plakaten immer wieder diese apokalyptische Wüste sehen. Und einige Fans wollen jetzt auch gesehen haben, dass dieser Roboter, der da kniet, und dass der irgendwie Überreste von Dolores blauem Kleid trägt. Oder irgendwie so Fetzen da hat. Und wer anders als Dolores könnte das sein? Man muss bedenken, die ist steinalt. Die ist die Einzige, die noch irgendwie so ein Gerüst als Körper hat. Auf der anderen Seite ist das jetzt eigentlich ihr neuer Körper. Das ist ein bisschen seltsam. Ich find das so cool gespielt, wie die Dolores mit dem blauen Kleid dann noch zu William hingeht und ihn dann wirklich noch mal erst auf die zarte Tour kommt, um ihm dann noch mal richtig den Gnadenstoß zu geben und sagt, welcome to the end of the game. Da kommen wir aber gleich zu. Da ist noch was zwischen. Wir haben noch ... Also, wie gesagt, ich glaub, dass das dahinter steckt mit Charlotte und dem Blut. Ah. Und dann haben wir noch eine kurze Sequenz, wo Liam Dempsey irgendwie abhauen will vor Caleb, der ihn halt jagt. Und er sagt dann irgendwie, ja, ich geb dir mein ganzes Geld. Und vor allem, ja, ich hab dein ganzes Geld auch schon. Und dann kommt halt Dolores rein mit diesem Hello Lover, was schon echt geil war. Vor allem, die guckt da wirklich wie ... Ah, die guckt da so stoisch wie so eine Terminatrix wirklich. Ja. Und dann haben wir noch, und da muss ich dann sagen, also, hatten wir da schon gesagt, dass es dann eben diesen Kampf mit Musashi gibt, mit dem Samurai-Schwert. Den Mae verliert. Und sie, ja, sie wird getötet. Und da ist auch wieder ein schönes visuelles Zitat aus der ersten Staffel. Nämlich dieses Bild eben, wie wir da zum einen diese Host-Milch haben und zum anderen eben das Blut, was aus ihr rausrinnt. Genauso ein ähnliches Bild hatten wir in der ersten Folge der ersten Staffel, wo da diese Tüten da Dolores Heimatfarm überfallen und dann da die Leichen liegen und sich dann diese Milch, die die da überall rumschütten, mit dem Blut vermischt. Ah. Fand ich ein sehr tolles Bild. Und es sollte eben wahrscheinlich auch noch mal diesen Kontrast hervorheben. Ja, also, Blut spielt irgendwie echt eine Rolle in dieser Folge, ne? Ja. Und hier fand ich aber interessant, hier wurde eine Musik eingespielt, die eigentlich eher so mit, mit, also, klar, die wurde auch irgendwie mit Maeve assoziiert, aber die wurde auch, glaube ich, irgendwie so ein bisschen mit dem Verhältnis von Maeve zu Ford assoziiert. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich einen Moment, einen Gedanken, dass hier Robert Ford reingestiefelt kommt. Ja, aber ... Das muss ich zugeben. Ich bleib dabei, wir sehen ihn erst mal nicht mehr wieder. Und die große Frage jetzt am Schluss, werden wir William wieder sehen? Weil, ganz im Ernst, das kam mir sehr ... Moment, da ist noch, da ist noch was wichtig, da ist noch was wichtig. Weil Musashi will nämlich sich ihre Kontrolleinheit holen, natürlich, ne? Also, ihre Perle und wird dann da aber dran gehindert, weil seine verbliebenen Yakuza, die jetzt plötzlich wieder leben, das war ein bisschen komisch, obwohl da waren wahrscheinlich noch mehr, dass da irgendwie, die haben irgendwie festgestellt, dass da irgendwie bewaffnete Männer anrücken, weil, äh, Maeve wahrscheinlich getrackt wurde von Serac, ne? Und, also, man kann davon ausgehen, dass Maeve wiederkommen wird, aber wie sie da liegt in dieser Milch, das ist schon ein starkes Bild. Und, ja, dann kommen wir auch zur Schlussszene des Ganzen. Und, Christopher, jetzt darfst du. Ich halte es gut möglich, dass diese Folge eine besondere Funktion hatte, nämlich, sie bringt die Story des Man in Black, William, zu einem vollkommenen Abschluss. Ja. Wenn du jetzt in irgendwelchen Teasern oder Trailern noch andere Szenen mit William gesehen hast, die hier in dieser Folge nicht vorkommen, dann sag es bitte, bevor ich mich hier zum Hammeln mache. Nee, hat ... Gab es nicht? Gut. Doch, doch, gab es. Doch, gab es? Ja, in einem dieser kryptischen Trailer auf der Website, da gab es, da gibt es eine Einstellung, da sitzt der auf einem Stuhl, das sieht völlig aus wie aus Clockwork Orange. Aber ich dachte erst, das wäre in dieser Zukunft, dieser noch weiteren Zukunft, aber ich glaube eher, dass das, ja, halt in dem Irrenhaus ist, ne? Da müssen wir auch noch sagen, die Anstalt, in der er sitzt, heißt, das ist ein sehr interessantes Detail, die heißt Inner Journeys. Oh, wow. Ja, man kann ja alles irgendwie verharmlosen, verniedlichen und nett klingen lassen. Genau, aber es ist hier wirklich, also William ist hier wirklich ganz unten angekommen. Es wird ja auch eben, da wird auch wieder mit den Farben drauf verwiesen, er ist jetzt der Man in White. Ja, und einmal das und dann natürlich auch, was Dolores zum Schluss zu ihm sagt, das ist das Ende des Spiels. Worum ging es denn, William? All die ganze Zeit über nur, immer nur um das Spiel. Und das wirkte für mich wie so ein Endpunkt. Die Geschichte dieses Charakters ist zu Ende erzählt. Ja, aber man hat ja in den, ich glaube, man hat in dem eigentlichen Trailer, hat man auch noch mal irgendwas gesehen, in dem finalen Trailer, wo er irgendwie sagt, I'm gonna save the fucking world. Ja, ja. Wo er dann irgendwie blutsbeschmiert ist, glaube ich, und da sitzt und vielleicht schwingt er sich noch zum Antihelden auf, keine Ahnung. Ja, ich will mit dieser Prognose auch nicht recht haben. Ich fände das sehr schade. Ich will ihn auch noch mal wiedersehen. Ja, weil eine Folge Ed Harris, das wäre echt mau. Ich will auch noch mal den jungen William sehen und ich würde ihn auch gerne mal als Antihelden sehen, dass er doch noch mal eine der besten Charakterwandlungen durchmacht. Wir haben ihn aber auch schon mal irgendwie als Antihelden gesehen in der zweiten Staffel. Also ich glaube nicht, dass der junge William noch mal kommen wird. Vielleicht in irgendeinem Flashback mal ganz kurz, aber ja, es könnte auch sein. Es ist die Frage, hat sie ihm jetzt so ein Blut abgezapft, also Charloris, oder hat sie ihm auch irgendwas injiziert? Weil er hat ja, obwohl er ist ja schon generell halt von der Rolle, er hat halt eine Halluzination von Dolores, die auf ihn zukommt in ihrem klassischsten blauen Kleid und ja, ihm dann halt wirklich so eine Ansage macht von wegen, ja, es gibt doch irgendwie noch Gerechtigkeit. Und er ist dann, also man merkt, der ist halt völlig fertig. Der kriegt ja nicht mal mehr ganze Sätze raus und weiß endgültig nicht mehr. Also dahingehend, sie hat ihm ja irgendwie immer angedroht, ihn zu brechen, glaube ich. Und na ja, er ist jetzt, er weiß nicht mehr, was er glauben soll, ob er jetzt ein Host ist oder nicht. Und obwohl ich, obwohl ich muss zugeben, also dieser Spruch war zwar geil, welcome to the end of the game, weil er sich auch noch mal so ein bisschen drauf bezog, auf diesen kryptischen Spruch von dem, von dem jungen Ford Host in Staffel 2, wo der irgendwie sagt, das Spiel beginnt, wo es endet und endet, wo es beginnt oder so ähnlich, ne? Ja, so richtig Puzzle, ne? Und ja, William ist völlig am Ende. Aber dieser Spruch, muss ich sagen, ich weiß nicht, warum, er hat mich so ein bisschen an Avengers Infinity War erinnert, wo Dr. Strange halt sagt, wir sind jetzt im Endgame, ne? Ja, das wäre dann nur eine, ja, das wäre dann einfach nur eine übergehende Phase in die nächste Phase von Williams Leben und wie viel finsterer es noch für ihn werden kann. Aber klar, wenn sie noch, wir kennen ja diese Autoren, wir kennen die beiden ja, wenn die beiden noch so viel in der Hinterhand haben, was ihn betrifft, vielleicht führt seine Reise noch an Orte, die wir uns gar nicht erträumen lassen können. Ach, ich hoffe jetzt nur, dass sie aus William nicht so einen Ramsey-Bolton-Folter-Handlungsstrang draus machen, der sich über Folgen zieht. Nein, nein. Nee. Nee, warum sollten sie, glaube ich, nicht? Und wenn das, es geht auch um seine Charakterreise. Also bei, also so diese Game of Thrones Torture Diaries, so was werden wir, glaube ich, nicht erleben. Ja, das ist auch nicht Westward-Style. Nee, damit sind wir am Ende unserer Besprechung. Meine Güte, war das lang. Ist eine sehr komplexe Folge, wie ich finde. Ja? Ja, bevor wir zum Fazit kommen, was ich sehr interessant finde, obwohl, ja doch, vielleicht kommen wir erst mal zum Fazit. Wer möchte denn anfangen? Okay, dann gebe ich 3,5 von 5 Bällchen. Oh, okay. Denn, war schon interessant und die Twists machen wie immer Freude auf mehr, was noch kommen wird. Nur insgesamt, die Folgen davor, die hatten andere Einzelmomente, die haben mich stärker beeindruckt. Das hier war jetzt halt der Anpfiff zur Halbzeit und es war großartig, was hier offenbart wurde. Aber das war jetzt nicht die stärkste Folge in Sachen, wie soll man sagen, Style, Action. Es gab einfach keine großen dramatischen Höhepunkte. Es gab natürlich sehr, sehr wichtige Momente. Aber ich weiß auch nicht, war eine starke Folge. Aber das war jetzt nicht, ich fand sie nicht besser als die drei davor. Das ist vielleicht das einzige beste Argument, mit dem ich diese Punktebewertung rechtfertigen kann. Ja, ich gebe 3,5. Okay. Ja, also diese Folge hat für mich sehr starke Einzelsequenzen, sagen wir es mal so. Aber jetzt kommt erst mal Patrick. Ich fand die Folge auch ziemlich gut. Sie war halt ein bisschen schwächer für mich, weil manche Sachen wirkten auf mich ein bisschen konstruiert. Vor allem, dass dieser Turst am Ende, ich weiß nicht, ob der mir gefallen wird. Das wird sich herausstellen, aber die Folge war von den Handlungen schon so nicht überfrachtet. Aber du hast ja so viele Handlungssequenzen, dass ich hier vor mir tatsächlich zwei Seiten Notizen geschrieben habe, die wir uns hier auch großzügigerweise als quasi Wegeleiter für diese Besprechung genommen haben. Sonst wäre das vielleicht in einem kompletten Chaos ausgeartet. Ich schwanke auch zwischen 3,5 und 4 Punkten. Gebe dem Ganzen auch mal ausnahmsweise 3,5 Punkte. Irgendwas hat mich dann doch ein bisschen zurückgeholt. Du machst zuerst, oh, 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 und dann gibst du die gleiche Punkte. Ja, das dachte ich mir auch gerade jetzt. Vor allem, ich dachte wirklich, du bist mal gnädig und gibst dann 4. Weil ich gebe nämlich tatsächlich 4. Ich muss zugeben, das ist halt wieder so interessant. Es ist gar nicht mal, also die Auflösung hier ist gar nicht mal so der Hammer, sondern eher, wie es inszeniert war. Ich fand diese Parallelmontage sehr, 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 sehr stark. Ich fand diesen Maskenball unglaublich stark inszeniert. Dann die Eingangssequenz mit William. Also eine sehr starke Regie, wenn auch nicht so ganz so stark und beeindruckend wie die letzte Woche von Amanda Marcellus. Aber ein tolles Regiedebüt eines Kameramanns, kann man schon mal sagen. Man muss aber auch zu Amanda Marcellus' Verteidigung sagen, die hat schon vor Jahren mit Tessa Thompson gearbeitet bei Veronica Mars. Die wusste, wie sie die zu inszenieren hat und was die drauf hat. Das kann sein, ja. Vielleicht wurde sie auf Empfehlung von Tessa Thompson ins Boot geholt. Kann auch sein, ja. Ja, und deswegen, die letzte Folge war mehr so ein Charakterstück von Tessa Thompson. Da konnte sie halt gut auftrumpfen. Hier haben die sich alle so ein bisschen fast das Wasser abgegraben. Sie hatten gerade noch genug Zeit, ihre Charaktere zu entfalten. Ja, aber klar, das war aber trotzdem eine wirklich saubere, runde Nummer. Also da habe ich auch keine Kritikpunkte. Was Paul Cameron hier gemacht hat, war die positive Antithese zu Wally Pfister. Stimmt, auch ein Nolan-Wick-Gefährte, ja. Von dem hörst du nicht mehr viel, ja. Mir hat aber vor allem dieser Punkt mit Serac gefallen, dass man seinen Charakter jetzt auch nochmal ausgebaut hat und greifbarer gemacht hat. Ja. Vor allem ist jetzt hier, also für mich ist jetzt hier endgültig klar, es spielt in, das was wir vorher gesehen haben, das spielt danach. Insofern ist diese Folge eigentlich ein Prequel, wenn man es so will. Nee, ich fand sie wirklich gut. Und deshalb gebe ich, ja, doch vier von fünf Bällchen, doch. Bällchen, ja. Ja, passt jetzt wunderbar zum asiatischen Raum. Was ich dann jetzt cool finde, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon gesagt habe, aber was für mich diese Staffel bisher unglaublich besonders macht, ist, dass keine Folge sich gleich anfühlt. Ja. Ja, also wirklich gar nicht. Und das liegt auch an der starken Regie, aber auch an den Drehbüchern. Insbesondere die dritte Folge, die fühlt sich ja schon wirklich eigenwillig an. Da merkt man schon wirklich, da hat hier Denise V hat da was sehr eigenes mit hineingebracht und Tessa Thompson und Amanda Mercedes haben dann noch das Ganze gut umgesetzt. Aber jetzt irgendwie diese Folge hier, die fühlt sich auch an wie so ein Wendepunkt im Game tatsächlich, ne? Du hast das Gefühl, dass es jetzt eigentlich erst wirklich richtig ins Eingemachte geht. Und was ich sehr cool finde, dass wir von den Sachen, also auch wenn man sich zum Beispiel diesen Weeks Ahead Teaser anguckt, da sind größtenteils Sachen aus den ersten vier Folgen zu sehen. Das heißt, das, was jetzt kommt, da haben wir noch gar nicht viel von dem Pomo-Material gesehen. Außer Jason Aaron, wie er halt aus dem Auto schießt. Was? Und Mephie sind noch mit ... Wer ist Jason Aaron? Charlotte auf dem ... Aaron Paul-Material. Ach, Aaron Paul, Jason Aaron, wer ist noch mal Jason Aaron? Das ist die Frage für euch, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Wer ist Jason Aaron? Antworten bitte an den Tele-Stammtisch schicken. Es ist ein Comic-Zeichner. Und wer steckt in seinem Körper? Leute, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Mein Gott, war das eine lange Besprechung. Wow. Aber wieder sehr lohnenswert. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge, die da heißt Genre. Und da können wir jetzt zum ersten Mal wirklich dann sagen, worum es hier geht. Das ist nicht so ein ganz so kryptischer Titel. Auf jeden Fall muss man den nächsten Folgentitel dann nicht unbedingt googeln. Ist ja auch schon mal was, ne? Geil. Ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie lange diese Besprechung am Ende geworden ist. Zur Info, wir sind jetzt gerade bei 2.14 Uhr und die wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausfallen. Aber das ist unsere bislang längste Besprechung hier. Und damit würde ich sagen, schließen wir sie auch. Wir freuen uns nach wie vor auf die zweite Hälfte und werden dann auch, glaube ich, am Anfang oder Ende des nächsten Podcasts, werden wir dann, glaube ich, so ein kurzes Zwischenfazit mal ziehen über die Staffel. Bis dahin, gehabt euch wohl und ja, so wilde Freude nimmt ein wildes Ende. Ciao, ciao. I'm out. Ich weiß, wer ich bin. Und das ist das Ende. Fuck you, Bernard. Welcome to the end of the game. Welcome to the end of the game. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.